Boah, das ist nicht gut. Ich bin nicht mobil genug in der Hüfte. Ich kann ja nicht, mein Pedal kann ich nicht gut treten, glaube ich. Nörgert sogar an dem Aufbau. Ja, wobei es schon wieder improved ist. Alle meckern hier die ganze Zeit. Jetzt ist es sogar so mit richtiger Reihenfolge. Ich gucke nach da und du bist da unten und so weiter. Das ist alles gut. Das sind gute Sachen, die hier passieren. Was Dirk damit sagen möchte, er fühlt sich angegriffen, ob das negativen Feedback des neuen Aufbaus hier. Ich verstehe es nicht. Ich finde es wirklich geiler, muss man echt sagen. Ich finde es sehr schön, hier in unserem wunderschönen Allianz-Studio. An dem Dienstag morgen Mittag. Fühlt sich an wie morgen, aber es ist Mittag, glaube ich. Es ist 13.30 Uhr mittlerweile. Ja, weiß doch nichts. Was ist das denn jetzt für ein dummes Argument? Zeit ist doch eh ein fiktives Konstrukt. Wenn ich mich nach morgen fühle, dann ist es morgen. Ja, okay. Ich meine, ich sage mal so, du als alter Mann hast ja auch deinen Rhythmus, deinen Schlafrhythmus ganz schön malträtiert in den letzten Tagen, lieber Dirk. An einem Tag vor allen Dingen. Aber ansonsten, alles in Ordnung. Du willst direkt drauf gehen. Du bist nur hier um unseren gemeinsamen Abend einmal. Genau. Wir waren mal wieder raus. Wir waren mal wieder unterwegs. Hatten gute Zeit, hatten wir zusammen. Oh Gott. Willst du nur drauf eingehen? Ja, das ist das Einzige. Also ich habe auch heute wirklich, ich habe ja immer hier so meine berühmt-berüchtigte Liste und ich habe hier ehrlich gesagt ganz oben einfach nur Saufen stehen. Das ist mein erster Take. Das ist das Wichtigste. Und das muss aber als erstes besprochen werden, meiner Meinung nach. Ach, aber wenn du was anderes hast, dann sehr gerne was anderes. Hast du andere Prioritäten? Hast du andere Prioritäten? Nee, ich habe nicht viel. Ein bisschen Volleyball machen wir, glaube ich, spät noch. Aber ansonsten, das kriegen wir schnell. Geht es dir denn wieder gut? Ja, doch, im Faceall ist alles in Ordnung. Ich sage mal so. Sonntag war ein bisschen anstrengend. Meine Mutter hat mir am Sonntag gesagt, du solltest vielleicht besser aus dem Kommentar weg, weil du noch ganz schön besoffen bist, lieber Dirk. Das stimmt überhaupt nicht. Ich war vielleicht noch ein kleines bisschen angeschwipst am Morgen, was aber meiner Meinung nach einfach für gute Laune gesorgt hat. Und es waren vielleicht so ein, zwei thematische Ausfälle, aber ansonsten kriege ich es ja eigentlich immer noch ganz passabel hin, die anderen Ausfälle noch so zu kaschieren. Und dann ist DJ Piesto ja auch danach da hingegangen, wo er hin muss, nämlich an die Tables und hat sich da mal ein bisschen durch den Tag gezündet. So, das muss man mal sagen. Für alle, die am Wochenende Beachball überall nicht geguckt haben, wir hatten einen Ausfall in Münster beim DJ und DJ Piesto, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt nicht mitbekommen, warum DJ Piesto entstand ist. Das war schon wieder, das meinte Arne auch so richtig so, Arne meinte, was er eigentlich am meisten liebt in unserem Kosmos, ist diese Fähigkeit, innerhalb von so einem Tag oder einem Wochenende so einfach so eine Storyline zu erschaffen. Ja. So dieses, da passiert dann irgendwas und auf einmal ist das so total das Ding bei allen und wenn du nicht dabei warst, dann bist du so direkt so außen vor. Ja. Und bei mir war es das Thema, dass ich mir zum Frühstück, also wir hatten ja kein Frühstück, glaube ich, in dem Hotel oder jetzt auch, also nicht bös gemeint, wir machen ja auch keine Werbung dafür, ich hätte, glaube ich, auch kein Frühstück gewollt in diesem Hotel, weil ich glaube auch nicht, dass es da irgendwelche Optionen für mich gegeben hätte. Und deswegen ging es morgens immer, war direkt so auf dem Fußweg, ging es zum Leidl. Leidl ja top, auch immer ein gutes Angebot. Und dann hatte ich halt natürlich wie immer die Wahl zu sagen, komm, so ein bisschen Brötchen Hummus oder Brötchen Guac oder Brötchen irgendwas. Hab mich aber dafür entschieden, weil ich gesehen habe, ach du Scheiße, hat man schon wieder nicht gehört, glaube ich, das hat ja einmal richtig gescheppert. Hab mich dann dafür entschieden, dass es so in der Aktionseil, in der ich natürlich auch mal gerne unterwegs bin, gab es halt von so einem Pesto-Anbieter, gab es dann halt so ein Pesto, aber es war halt als Brotaufstrich gedacht. Auf dem Bild war halt auch so ein Bruschetta oder wie der Experte sagt, Bruschetta und er hat dann auch irgendwie nur so ein Drittel an Fett, also hatte dann, glaube ich, so 16 Gramm Fett oder so auf 100, was ja für einen Brotaufstrich vollkommen in Ordnung ist. Gibt ja gut und gerne welche, die auch so 30, 40 haben und da hab ich halt mein Brötchen reingetunkt. Ich hab dann halt mein Brötchen dann immer so in so Längsstreifen gemacht und hab das dann in dieses Zeug reinguckt und auf einmal guckte. Ich war halt dann, war daneben, hab mich um die Mucke gekümmert und Arne drehte sich so zu mir und meinte so, Digga, dipst du gerade dein Brötchen in Pesto oder was? Hat das halt on-air thematisiert und alle waren sich dann einig, dass es total eklig von mir wäre und ich konnte denen nicht erfolgreich beweisen, dass es ja kein Pesto war, sondern ein Brotaufstrich. Okay. Und dadurch ist dann DJ Pesto, DJ Piesto entstanden. Ja, das ist es schon. Ja, und jetzt gehst du aus, das ist ja fast schon ein Privileg, dass du heute nicht irgendwo einen Gig hast, sondern hier mit mir sitzt und einfach den Podcast aufnimmst. Ich warte auf die nächste Kommunion. Ich warte auf die nächste Kommunion. Das war ganz witzig. Also ich meine, war natürlich kacke. Ich hatte mich auch sehr auf Oskar gefreut. So aus privaten Gründen hat das dann leider nicht funktioniert. Auch alles in Ordnung, alles abgesprochen und so weiter. Aber war dann halt krass, ne? Weil eigentlich, sagen wir mal so, eigentlich wäre das ein ziemliches Desaster für das Event gewesen, weil so ein DJ ist, ich würde mal sagen, bei so einem Beachvolleyball-Turnier ein recht essentieller Part, dass das so alles läuft. Gerade wie wir es jetzt so auch aufbauen mit so ein bisschen, ne? Diesen personalisierten Einlauf-Songs und so weiter und alles so ein bisschen komplizierter und immer aufeinander achtend und so weiter. Da brauchst du schon wen, der echt weiß, was er tut. Weil da haben wir auch in Hamburg gemerkt, also nicht böse gemeint, aber der Henne, der zum Beispiel da war und nicht Volleyball-affin war, der hatte schon Trouble, da mitzuhalten, so quasi, mit diesem Volleyball-Rhythmus. Und ja, bedeutet, man musste so ein bisschen umdisponieren und weil ich halt eh der bin, Schrägstrich war, der auch immer schon für Oskar so diese ganzen Jingles so ihm dann so hingeschoben hat und meinte, hier, setz mal um. Hab ich, die mich dann halt mal kurz spontan morgens auf so einen Kommentar rausrotiert, meinte mal so, ich bräuchte jetzt mal so zwei Stunden, hab mir einmal so ein scheiß Soundboard runtergeladen und hab dann halt einmal mal kurz was gebastelt, vorbereitet und ja, dann ging's halt los, ne? Und war witzig, hat Spaß gemacht. Also, war echt witzig. Ja, und am Sonntag hattest du ja dann auch die nötigen Atü auf dem Kessel, die so ein DJ halt braucht, um wirklich durchgehend zu fühlen, was er da tut. Ja, es gehört ja dazu. Du musst ja, selbst auch zu Phasen, wo man es selber vielleicht gar nicht so fühlt, muss man ja auf jeden Fall so tun, als ob man es richtig krass fühlt. Ja, ja. Das ist erstmal wichtig. Und dafür muss man sich einen reintrinken, das ist ja klar. Für mich, ohne Spaß, ich bin jetzt auch nicht so der, also so elektromäßig bei so krassen DJs, ich kann dir immer nicht sagen, wie er krass auflegt oder so. Das ist ja dann diese ganzen Regler und so, die man machen muss. Ich meine, das Meme war ja eigentlich, ich meine, was habe ich effektiv gemacht? Ich hatte einen Regler, mit dem ich laut und leise gemacht habe und links hatte ich meine Finger an so einem iPad und habe da halt ein bisschen rumgespielt. Wo du auf den Song gedrückt hast. Ja, das ist dann eigentlich schon. Und man stellt sich halt immer hier scratchy vor und dann irgendwie ein bisschen hin und her regeln und all sowas. Habe ich ja alles nicht gemacht. Und dann hast du halt genug Kapazitäten, das alles zu fühlen. Und wie gesagt, für mich ist wichtig, dass ich zum DJ gucken kann und sehe, der fühlt es. Da bin ich ja bei dir, 100%. Und dann hast du halt gefühlt von Samstagmittag bis Sonntagabend. Habe ich mal durchgefühlt, habe ich da, ja. Gott, Alter. Weil ich muss ja zugeben, ich habe Samstag, nachdem ich ausgeschieden bin, habe ich ja, ich habe ganz bewusst irgendjemand, ich glaube, Gürstern hat dir ein Getränk hochgebracht und dann war Happy Hour und ich so, komm, scheiß doch, jetzt bringst du dem noch einen, weil ich wusste, dann stürze ich dich schon halb ins Elend. Wenn ich dir früh einfach, du hast wahrscheinlich wieder nichts gegessen, außer ein bisschen Piesto und so. Ja, ein bisschen Piesto und Brot, ja. Und ich wusste, wenn ich dir jetzt noch einen zweiten gebe und du hast eh schon so zwei, drei Bier und dann noch zwei schnelle Limoncello Tonic auf den nüchternen Magen oder so, dann habe ich dich schon an dieser Grenze zu, okay, er hat was getrunken und das um 17, 18 Uhr. Das hat mir sehr gut gefallen, der Gedanke. Da war genügend Potenzial da, um dich auch über diese Phase, weil ich musste ja noch irgendwann duschen gehen und so, weil dann war ich noch kurz nicht da, hatte noch ein, zwei Gespräche, über diese Phase so drüber zu heben. Als ich dann zurückkam, so gegen 21 Uhr oder sonstiges, da warst du noch da, da hattest du auch ein Getränk in der Hand, da dachte ich schon so, ja, heute kriege ich ihn und dann hast du gesagt, weil du, ich wusste, du gehst doch mit in die Stadt, in Münster. Weil von langer Hand geplant mit Gürsan auch so. Ja, genau. Wir hatten uns früh den Samstag ausgesucht, wo, weil Gürsan war auch nur den Samstag halt so komplett da, also einige von ihnen werden kennen, so Gürsan, mit dem habe ich früher Fußball gespielt. Hast du die Zuschauer gerade gesiebt? Einige von ihnen werden ihn kennen? Was? Liebe Scam-Hörer, einige von ihnen, einige von ihnen werden ihn vielleicht kennen aus dem Spontent-Camp. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn sie ihn haben. Ich glaube, ich habe drei Wörter verschluckt oder so. Ja, ich glaube auch. Naja, und ist dann dadurch durch meinen eigenen Stream, da war Gürsan auch immer am Start, deswegen kenne ich ihn ein paar. Ja. Und war jetzt auch schon ein paar Mal beim Beachvolleyball dabei, war auch beim Spontent-Camp. Sehr kaputter Vogel. Ja, das stimmt. Ja. Und der war dann halb Samstag Vollgas da auch mit seinen Jungs und dann war das halt, war das halt klar. Von daher hast du, war gutes Timing alles, würde ich sagen. Ja, das war wirklich, das war angerichtet, um Dirk Funk, um Dirk Funk da mal einen Abend so festzunageln. Und festzunageln war halt auch möglich in dem Etablissement, in dem wir waren. Das muss man dazu sagen, Dirk, weil wir waren in der, ey, viele werden es, also Münsterland kennst, das ist die Gorilla-Bar in Münster so. Das ist eine, wie soll man das beschreiben? Eine richtig, richtig schön romantische Kaschemme, Alter. Eine richtig abgefuckte Studentenbar, in der schon, also klar, die Bar hat viele, viele Storys zu erzählen, da bin ich mir sicher. Oh ja. Die Bar ist an sich auch, also es ist top, da hängen halt immer noch dieselben Kackboxen auf 2,50 Meter Deckenhöhe, also ich stoße mir fast an den Kopf, wie vor 15 Jahren. Die Getränkepreise sind gefühlt immer noch gleich, so, also es ist wirklich nicht sonderlich teuer, weil es einfach auch eine Studentenkneipe ist. Der Laden ist immer voll, er ist immer zu warm, er ist auch unter digital, ey, nur Bargeldzahlung, können wir gleich gerne noch zukommen, absolute Vollkatastrophe so. Und was das Gute an der Sache ist, ist so eine Bar sehr zentral und du kommst rein und es geht geradeaus einen Gang entlang an der Bar, der ist an den Fenstern so vorne und rechts geht's an so einer Tischgruppe vorbei, an so eine kleine Tanzfläche und dahinter sind die Toiletten. Meint, es ist so schlauchartig aufgebaut und schlauchartig hatte den Vorteil, ich habe Dirk Funk direkt, als wir da reingegangen sind, direkt, und wir waren die Ersten, die drin waren, also das Gute, in die eine Schlauchecke getrieben und ich hab mich da halt so hingestellt, so das, also er konnte auch nicht weg, so, das war halt das Thema plus, die anderen sind nicht reingekommen, weil der Laden plötzlich zu voll war, weil wir waren mit so einer 50er Gruppe unterwegs, das heißt, ich hatte Dirk Funk, Chat, ich hatte Dirk Funk genau da, wo ich ihn haben wollte. Ich hatte ihn in die Ecke getrieben. Wirklich, Alter, wie so Wildfang, wie so ein Wiesel, hast du mich erstmal eingekesselt und dann in so einen kleinen Käfig gemacht. Und dann war es einfach, ich musste nur, okay, immer mein Bargeld aus meinem Portemonnaie holen, uns zwei Getränke holen, dir eins reichen, ab dem fünften hattest du schon keinen Bock mehr, hast mich gehasst, dass ich es dir immer wieder angereicht habe, müsst ihr euch mal vorstellen, er hasst es dann, dass ihm Bier ausgegeben wird und dann muss man dazu sagen, kurz dann alle, die mitgemacht haben, weil was dann irgendwann aufgefallen ist, alle, die da in der Ecke auch waren, waren auch Volleyballer, kannten uns also auch alle und dann ging es irgendwie los, dass wir noch Schnäpse ausgegeben gekriegt haben und bam, bam und tralala und dann war es vorbei, dann war es um Dirk Funk geschehen und da guckst du einmal hin, bam, steht er plötzlich hinten, Ende Schlauch, steht er auf so einer Bank und tanzt. Plötzlich, dann ist es einfach passiert. Zack, da hatte ich ihn genau da, wo ich ihn haben wollte und er kam aus der Nummer auch nicht raus. Wenn er zur Toilette gegangen ist, musste ich mich einfach so auffächern, konnte ihm zur Toilette vorbei, aber ich konnte kontrollieren, dass er nicht den polnischen macht. Den Dirk Funk polnischen konnte er nicht machen, ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Der im Normalfall mindestens drei bis fünf Mal passiert wäre eigentlich. Ja, oder halt einmal um eins, wenn du gemerkt hast, boah, ich jetzt noch einen Trinkwitz, übel, ich muss morgen Piesto spielen, ey, schwierig, keine Ahnung, so geil, das war wirklich so schön, ey. Und dann merkt man so die Atü-Zahl so in deinem Kopf hoch und irgendwann kommt es hier oben an, dann fühlst du plötzlich jeden Song. Einmal bin ich ein bisschen unglücklich, fast da auf den Tisch raufgefallen oder so. Das war unglücklich, würde ich sagen. Ja, gut, dass zwei Leute dich danach festgehalten haben, der Tisch nur so weit umgefallen ist, dass die Gläser, dein volles Bier, welches dort stand, welches ich dir vorher gekauft hatte, runtergefallen ist, auf meinen Schuh, zersprungen ist und ich richtig ehrenlos noch versucht habe, die Scherben von meinem dir ausgegebenen Bier, welches auf meinem Schuh lag, zusammenzukehren, während du schon wieder oben auf deiner Bank getanzt hast. Ich hätte mich ja gerne entschuldigt, aber ich habe es nicht mitbekommen. Du hast nicht mitbekommen, dass du fast einen Flachkörper in die Bar reingemacht hättest? Nein, das ist jetzt übertrieben. Das war noch sehr kontrolliert, würde ich sagen. Wenn du nicht vier Hände gehabt hättest, hättest du dich über den ganzen Tisch geschmiert, Kopf über, Bruder. Ja. Naja, eine Sache muss man sagen, du bist schon wirklich, du bist da schon wirklich extrem gut drin, weil ich meine normalerweise, ich meine, was war los? Ich habe natürlich wie immer kein Bargeld dabei gehabt, habe ich nie. Also ich freue mich immer, unterschätze immer geil, wenn ich irgendwie so random, warum auch immer, weil ich den so gefunden habe irgendwo, wenn ich so einen Euro habe für den Einkaufswagen, dann freue ich mich immer schon. Das ist das einzige Szenario. Und sonst natürlich nie Bargeld dabei und dann wäre auch wieder so ein stressiger Kackmove gewesen, wird jetzt irgendwie, oh, jetzt muss ich jetzt mal eine Bank finden und so ein Kack. Und dann hast du einfach wieder diesen Modus gemacht, von daher, also danke, die Spendierhosen waren an, es war ein schöner Abend und du bist schon aufgrund auch deiner Reichweite, die 2,72 oder wie du da hast, die kicken dann auch dann halt rein und wirklich immer so, du kriegst aus der Ferne, hast du dann schon wieder, über drei Köpfe drüber. Hier in der Ferne siehst du schon wieder, oh, ja gut, alles klar. Und dann war das so eine, das war so eine Pipeline, aber so die gute. Nicht so hier wie jetzt, mit Russland und Deutschland gerade, sondern so eine richtig schöne Pipeline war das. Ja, das war, das hat auch Spaß gemacht. Wobei ich immer noch an der Stelle mal, ey, Münster, ne, ihr bildet da größtenteils die zukünftige deutsche Elite aus, in Medizin und weiß nicht was und sonstiges. Wie könnt ihr das denn schaffen, in der Kneipenstraße, die ihr da habt, nach wie vor Musik von USB-Sticks abzuspielen, wo in der Bar gegenüber war, wo alle gelandet sind, wo man keine Musik machen konnte, wo einfach Musik von USB-Stick abgespielt wird. Das ist wirklich 15 Jahre her. Und an der Stelle, Bernie, Kuss daran, der Bernd Redeker, der den Laden betreibt und sonstiges, richtig geiler Typ, hat uns auch in Münster da geholfen, hat den Ausstand gemacht und so, alles richtig geiler Typ. Aber Bruder, irgendwann, du kannst dich nicht gegen bargeldlose Zahlungen wehren. Irgendwann verlierst du eh, dann mach's doch lieber jetzt. Ich hätte, ich sag's dir, ich hätte Dirk Funk noch besoffener gemacht, hätte ich nicht mit Bargeld zahlen müssen, weil ich war irgendwann blank. Ich war irgendwann blank. Ich hatte kein Geld mehr. Ich hatte kein Geld mehr. Ich war irgendwann darauf angewiesen, ich hatte kein Bargeld mehr. Ich war irgendwann darauf angewiesen, ich hab Leuten gesagt, ey, wie sieht's aus? Bierchen? Du musst zahlen. So in die Richtung. Weil ich hatte noch Durst. Aber es funktioniert, oder? Natürlich hat es funktioniert. Deswegen Kuss an alle Community, werden bestimmt Leute zuhören, die mir an dem Abend ein Bier ausgeben haben. Ey, erinnert mich dran, ich zahle da zurück, das wird Dirk bestätigen können. Ich war an dem Abend, das war mir so maximal unangenehm, weil ich war zahlungsunkräftig. Verstehst du? Für dich ist das egal, du gewöhnst dich da dran. ich kenn das schon. Aber ich bin halt, ich war zahlungsunkräftig und ich hatte Durst. Und ich will mich in so einem Abend nicht einschränken lassen. Weißt du, was ich meine? Und das war eine Vollkatastrophe. Das hat mich nicht gefallen. Ja, das war am Sonntag, das war ein Take-away. Da standen wir wieder oben zusammen auf dem Tower, du hast dich da einmal wieder neben DJ Piesto platziert und da meinte ich einmal so, ja komm, müssen wir mal hier bei allem Arbeitsstress und allen Streitereien, müssen wir wieder öfter mal mal einen losmachen. Wie in den guten alten Zeiten. Öfter mal. Wie oft haben wir denn schon einen losmachen? In Wien einmal, auf Furde ein, zwei Mal. Wien war ich gar nicht richtig mit. Da warst du mit Franka, mit meiner Ex-Freundin unterwegs. Ja, okay, stimmt. Ja, und die hat ähnliche Qualitäten, wenn es darum geht. Die kann einen auch sehr gut abfüllen, das stimmt. Einen auch geisterkrank abzufüllen, ja, das stimmt. Aber das stimmt, da hattest du eine sehr gute Zeit, das stimmt. Ansonsten Furde, weil wir waren ja nie bewusst weg. So ist ja nicht so, als hätten wir... noch nie gemacht. Also erzähl nicht so einen Scheiß, Mann. Vielleicht wäre es auch gut. Tu nicht so, als wären wir befreundet. Vielleicht wäre es gut. Wir werden es nie erfahren. Nee, wir werden es wirklich nie erfahren. Aber ja, muss man mal sagen, an der Stelle, weil uns halt erst später aufgefallen ist, also community-technisch war das, was wir da am Wochenende in Münster erlebt haben, wahrscheinlich best of all time, oder? Ja, doch. Also das war krass. Also was reingekickt hat, war halt erstmal natürlich Volleyballer-Start. Also selbst auch die Leute, die Leute, die vielleicht jetzt gar nicht mal so sehr unser Produkt oder uns so krass fühlen oder uns irgendwie cool oder toll oder was auch immer oder unterhaltsam fühlen oder auch ein bisschen asozial, aber auch ein bisschen unterhaltsam. Schön gesagt. So die haben dann trotzdem einfach mega, einfach die Beachvolleyball-Szenerie und die Volleyball-Atmosphäre dann so gefühlt. Ja. So das ist passiert und natürlich waren auch einfach wieder extrem viele und auch wirklich, muss man sagen, coole Leute da, mit denen man dann auch da interagieren und sich erden konnte. Das ist ja halt, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Nee, waren echt, also waren nette Leute. Also es war der Anteil an unangenehmen Gesprächen, die man manchmal halt führen muss, gehört dazu, nicht jeder ist immer nett, sorry, war wirklich minimal in Münster. Also von daher waren coole Leute, coole Crowd, muss man echt mal sagen. Und Münster, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, so stimmungtechnisch wirst du, gut, auch mit dem Ritchie in Bestform, wirst du so diesen Sonntag und so kaum geschlagen bekommen, was da in Bremen passiert ist. Von Bremen meinst du, ja. Aber Münster war schon sehr, sehr strong. Weil darum geht's ja jetzt, haben wir auch schon drüber geredet. Beach Summer, also Tour vorbei, Tour beendet. Ja, ja, stimmt. Wir haben offiziell eine German Beach Tour erfolgreich veranstaltet, würde ich mal sagen, erfolgreich medialisiert und gestreamt und alles andere. Und jetzt müssen wir halt nur noch diese DM-Hürde eventuell noch machen in Timdorf, aber ist durch. Dass du das so im Nebensatz feilen willst, weil die Hürde ist, wir hatten heute Morgen das Meeting dazu, die Hürde ist schon noch sehr, sehr hoch. Da ist auch sehr, sehr viel zu tun. Ich möchte einmal noch zurückrudern zu unserem Suft. Warum willst du jetzt so schnell vom Suft weg? Warum gehst du auf Sport? Nur einmal kurz für Münster ist ein bisschen abgeschlossen. Ja, lass uns doch bitte jetzt mal hier. Können wir gleich noch. Münster toll, Münster, ihr werdet klasse. Ich habe übrigens hier deinen Power Couple, was du in Frankfurt beim 3x3 kennengelernt hast, war wieder da. Ja. Ja, war wieder da. Waren wirklich nett, oder? Gute Leute, sehr gute Leute. Sonntags noch ein Bierchen mit denen getrunken. Kommen wohl auch einen Tag nach Timmendorf. Ist wohl so geplant. Und richtig cool, weil vorher nichts mit Volleyball zu tun gehabt und jetzt halt so Hardcore-Supporter, mega geil. An der Stelle lieben Gruß. So, ich habe übrigens, ich weiß nicht, das hast du sehr sicher nicht mitbekommen, weil du ja auf deiner Bank getanzt hast. So, mit deinen Freunden. Ja. Ich habe wieder, ich war wieder derjenige, der so, ich hätte mich wieder prüren können, ist das Problem. Ach, was? Ja. Ach, stimmt, das hat mir im Nachhinein 1,95-Typ. Erstmal habe ich am nächsten Tariff fahren, da war irgendein asozialer Preuß-Münster-Spieler, der immer denkt, er macht den Dicksten da. Ja, Entschuldigung, dass ich den Regionalligaspieler aus Münster nicht kenne und er macht da einen Dicken mit seinen zwei, drei Freunden, der mir bis unter Brustwarze geht. Sorry, das war kein Fußballerabendbrä. Also da warst du ausnahmsweise. Und da warst du auch, bei mir bist du da auch falsch, weil ich habe zur Not, wenn du denkst, du bist ein erfolgreicher Sportler in Münster, Regionalliga, Bruder, dann bin ich halt am Tier einer deutschen Meister und dann fick dich ins Knie. So, weißt du, dann mache ich halt den Move, dann ist es mir scheißegal. Berechtigt. So, dann bist du ein Average-Fußballspieler, das ist ja, wenn du vielleicht damit mehr Geld verdienst, aber halt die Schnauze. So, das war, aber das habe ich an dem Abend gar nicht gecheckt. Ich wusste, es ist ein sehr arroganter Typ mit zwei, drei anderen besoffenen Jungs dabei und einer war halt zu voll und der hatte dieses, der hatte dieses Bedürfnis, irgendwie alle Frauen, die in diesem, dann ist das Schlauchproblem wieder, weil du musstest auch an dem vorbei, du musstest an dem vorbei, um irgendwie aus dieser Ecke rauszukommen, meint, alle Volleyballerinnen und alle von unserer Crew oder sonstiges mussten irgendwie an dem Typen vorbei und der hat die alle so, der war so eklig besoffen, ne? Und so was, du merkst so richtig. Dachte, er ist geil und alle freuen sich, wenn er die vorlabert und eigentlich war es eine unangenehme Scheiße. Und als es dann anfing, dann auch so, also wo ich dann gemerkt habe, so wer alles zu unserer Gruppierung gehört und sonstiges und die wurden nicht mal, die wollten nur zur Toilette, die wurden zum Teil nicht zur Toilette gelassen oder so und dann kickt es bei mir halt rein, so, weißt du? Weil ich will ja nur, dass die Leute gut, wenn dann eine Frau da obviously, ich will nur zur Toilette und ist instant genervt und er ist so richtig touchy und an und was auch immer, so sonstiges, ne? Und überschätzt sich komplett und denkt, er ist der geilste Motherfucker in einem Laden oder so. Dann bin ich halt geneigt, dem zu verstehen zu geben, dass er wirklich einfach, der soll hier ballern, der soll voll sein, aber er soll einfach mal jetzt, ne? Lass mal die Kirche im Dorf. Ja, war natürlich wieder eine tolle Idee, ne? Der Buddy von ihm, der Fußballer, sagt dem Türsteher Bescheid, hier, der macht hier die ganze Zeit meinen Kollegen an, der beobachtet hat dann 20 Minuten oder so, kommt dann zu mir und sagt, ey, hast du ein Problem? Ich sage, ja, klar, guck mal, der Besoffene macht dir die ganze Zeit die Mädels an, beobachtet hat zwei Minuten, fünf Minuten später hat der Typ rausgeschmissen worden. Weil, also ist ja auch klar, ich artikuliere mich, obwohl ich 8000 oder Tür auf dem Kessel habe, komplett normal, erkläre ihm, sag ihm, guck, der Typ, der verhält sich einfach, weißt du, wenn der hier mit den Jungs rum und mir tausendmal in den Rücken springt, weil sie irgendwie denken, sie brauchen mehr Platz oder müssen sie dem großen Ellbogen in den Rücken drücken, das ist für mich fein, aber hier mit den Mädels, das geht nicht, habe ich gesagt, sorry an alle, die mich als Frauenhasser und Chauvinisten jetzt, das passt nicht zu mir, ich weiß. Als das angeht, hast du immer Rücken. Ja. Und dann habe ich dem so gesagt, beobachte den nochmal, fünf Minuten später, schmeiß der Tür, stehe den raus und dann macht der Fußball an Dicken, von wegen, ey, das ist mein Buddy und Sonstiges, bis ihm dann mal auch dann verstehen, ja, okay. Aber was hat das jetzt damit zu tun, dass der sich nicht benehmen kann? Der hat so dieses, mir gehört die Bar und ich kann hier mitbringen und die Jungs können sich verhalten, wie sie wollen, Szene gespielt und da war, da war mir dann echt Schluss, ne? Und dann habe ich noch so süffisant arrogant zu denen hingeguckt, so von wegen, ich habe es euch gesagt, die Idioten und dann war ich kurz davor, mir eine zu fangen, muss ich dazu sagen. Oh echt? Ja, ja, da war einer wollte, einer wollte, ich zucke ja dann nicht weg, also ich bleibe dann da und ich warte nur, wenn der mir eine geben würde, gefühlt habe ich Faust schon hier, der soll mir eine hauen und dann wäre es losgegangen, Alter. Wenn es losgeht, geht es los, aber ich glaube, meine Latenz war recht hoch. Ja, ja, ich glaube auch. Ich hatte ein bisschen vielleicht hättest du, mit Glück hättest du zeitgleich deinen Flachkörper angesetzt und dann so Crowdsurfing, so Crowdsurfing in die Menge raten. Achtung, der Superstar kommt. Und dann hätte man dann irgendwann, du hättest das heute dann als Verteidigung oder als Helfen ausgelegt, obwohl du einfach nicht mehr auf der Bank stehen konntest. Alter, ich glaube, also, wenn es losgeht, geht es los. Außerdem hatte ich auch Glück. Hätte ich alleine in den Griff gekriegt, mach dir keine Sorgen, also das war dann am Ende. Das war wieder geil, weil es war ja seit langem, jetzt mal Real Talk, es war ja nach, also ich war ja seit Corona-Beginn und auch vorher, ich war seit Jahren nicht mal in so einer engen Menschen-Szenerie. Ja, stimmt. Also mit Musik, niemals, also wirklich nicht. Ist wirklich, also ja, safe, lange her. Und für mich ist ja dann wieder jetzt dieses Bewusstsein, trotz dessen, dass ich mit Volleyball unterwegs bin, ich bin ja einfach, also ich bin einfach größer so und es fällt halt immer auf und ich stehe dann da auch immer irgendwie so dumm in der Mitte rum und so und ich kriege ja diese Sachen auch alle mit. Jedes Mal, wenn so eine Frau, ich sehe das ja auch fünf Meter Entfernung und so und beobachte das alles, weil ich so einen Überblick habe oder so. Es war echt spannend, spannend. Und, ich kann dir aber auch eins sagen, das ist für unser Ego gut, wir sind noch nicht zu alt für die Scheiße. Das geht noch. Das geht wirklich noch. Wir waren in der Studentenkneipe und es ist nicht schlimm. Wir werden nicht so wie alte Männer angeguckt. Weißt du, was ich meine? Wir werden nicht von Studenten und Studentinnen nicht irgendwie unangenehm angeguckt. Es ist völlig in Ordnung. Es ist völlig akzeptiert. Also wirklich, es geht noch. Ich würde sagen, wir haben noch so ein, zwei Jahre. Ein, zwei gute Jahre noch. Dann ist es irgendwann offiziell vorbei. Und unterschätzt, einfach in kurzer Hose da gewesen. Fand ich sehr gut. Mein RTL! Diese Episode wird unterstützt von Athletic Greens und wir wollen euch heute wieder das AG1 vorstellen, was mich, Olaf und auch ja euch im Podcast schon eine ganze Weile begleitet. AG1, das sind 75 hochqualitative Inhaltsstoffe, die täglich deinen Geist und deinen Körper unterstützen. Und was die Zielgruppe angeht, reden wir auch nicht nur von Topsportlern, die im Sommer jetzt extrem aktiv sind und von Wettkampf zu Wettkampf fahren, sondern auch von jeder und jedem Einzelnen, der einfach dem Vitaminhaushalt einen Kick geben will und ihrer oder seiner Ernährung einen Gefallen tun will. In die letztere Kategorie würde dann auch ich aktuell fallen. Also klar, ich mache inzwischen 50 Dinger jeden Morgen, aber das AG1 und die Travelpacks für unterwegs helfen mir vor allem ein wenig das schlechte Gewissen freizuräumen, wenn das Eventwochenende mal wieder etwas anstrengend war und Schlaf und Regeneration aus Gründen vielleicht nicht ganz optimal liefen. Und darum geht es doch auch im Sommer. Sich mal ein bisschen treiben lassen, das Leben genießen, die Seele und den Bim Bam baumeln lassen, aber das dann mit dem Bewusstsein darüber, dass man mit AG1 schon einen Beitrag zur Nährstoffversorgung geleistet hat. Eine Sorge weniger und so geht es sich dann auch viel leichter in den Tag rein. Bei mir ist es dann auch genau diese Morgenroutine. Aufstehen, 50 Dinger machen, duschen und dann eine Portion AG1 ins Wasser und ab in den Alltag. Wir haben auch gerade unser neues Paket bekommen. Sehr schön verpackt, muss man sagen. Auch mit einer unterschätzt hübschen Aufbewahrungsdose für das Pulver, dem Athletic Greens Shaker und natürlich auch noch mit ein paar Travelpacks für die Reisen, Urlaube oder Events. Und dieses Paket kann dann auch bald bei euch liegen und wenn ihr jetzt exklusiv unter athleticgreens.com slash scam euer AG1-Abo abschließt, bekommt ihr nämlich fünf praktische Travelpacks und einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 obendrauf. Das Ganze könnt ihr natürlich monatlich canceln, ganz flexibel aufstellen und Athletic Greens hat für euch sogar noch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, solltet ihr von dem Produkt nicht überzeugt sein. Also nochmal athleticgreens.com slash scam und dann jetzt mal viel Spaß mit der Episode. Ach krass, hast du durchgezogen, oder was? Ich hatte kurze Hose einfach. Das ist so das Schöne, wenn es egal ist und du dich nicht mit der Scheiße da rumärgern musst, wie es da zum Beispiel in Frankfurt der Fall war. Ja, das war echt top. Das ist dann immer so, das ist dann aber auch wieder ein gutes Beispiel, weil das war auch wieder der Klassiker, du gehst halt mit viel zu vielen Leuten dahin, halt so dann halt mit der Crew und dann auch so ein bisschen halt mit dieser Volleyball-Gang, wo dann Spieler, Spielerinnen und so alle am Start sind und dann ist wieder der Klassiker, du stehst davor, siehst so Probleme, also du siehst dann auch nur die Probleme immer, ist das schön, du stehst wieder vor so einem Laden, dann siehst du, ist total voll. Und da ist ein Türsteher. Ja, so und irgendwie, ja, ist nicht vielleicht was anderes besser und du hast halt einfach relativ straight durchgezogen, komm, wir gehen jetzt auf jeden Fall rein. Ich hab dich quasi da reingeschmissen. Ja, ja. Aber es war die richtige Entscheidung. Natürlich war es die richtige Entscheidung. Es ist der bessere Abend, als jetzt wieder in irgendeinem Kack-Club zu stehen. Da lobe ich mich jetzt mal selber, aufpassen alle, Trigger Warren, da lobe ich mich jetzt mal selber. Es war aber auch wieder und es ging mir auf den Sack. Wir waren in Münster, wir mussten um 22 Uhr die Musik runterregen, wir waren am Hafenplatz und wir wussten, es mögen jetzt noch mindestens 30, eher 50 Leute von diesem Platz durch die Innenstadt durch, 25, 30 Minuten Fußweg zu dieser Bar. Weil klar war, wir wollen zu dieser Bar und das ist sowieso die Gegend, wo du deine Getränke nimmst in Münster erstmal. Weil um 11 kannst du noch nicht in den Club gehen, das heißt, du musst erstmal auf jeden Fall zwei, drei Stunden dort sein. Ja. Es war also komplett alternativlos und es war auch klar, dass wir nicht mit 10 Taxen oder so dahin fahren oder 50 Angesoffene mit dem Roller, das wäre meiner Meinung nach fahrlässig gewesen. Also, was machst du? Und das mache ich ja dann immer. Das ist doch wirklich so undankbar, weil du bist dann so ein Dreckskonsument, läufst hinten mit deinen Freunden her und lässt mich einfach alleine vorne losmarschieren, bis du dann irgendwann mal aufschließt und dich dann mitziehen kann. Dann läuft man halt bis zur ersten Ecke und dann ist das, was ich immer nicht verstehe, warum da keiner die Verantwortung übernimmt. Das war doch klar, einer muss jetzt mal los und dann go und dann bin wir zur ersten Ecke am Kiosk, dann habe ich einfach eine Kiste Bier geholt, habe jedem einen Fußpilz in die Hand gerückt und habe gesagt, so und jetzt abmarsch und musste halt vorrennen, weil sonst dauert es halt auch anderthalb Stunden, weil die Leute zu blöd sind, in einem normalen Schritt 30 Minuten Richtung Sucht zu laufen. Ich habe erst auf Arne gewartet, weil dann wieder, das war auch wieder der Klassiker. Achtung, jetzt kommen nur Ausreden. Dann ist wieder der Klassiker mit jetzt hier so, oh ich weiß jetzt nicht, weil Arnes Freundin war ja dabei und dann, die war noch nicht fertig und dann wartet man jetzt oder nicht und so. Ja, aber auch das nicht. Nee, Arne, dein guter Freund Arne, da muss ich jetzt mal eine Ansage, da wird der hören. Arne, Samstagabend, du warst da, deine Freundin ist da, die hat Social Media Arbeit wieder herausragend gemacht und sonstiges, du hast einen hervorragenden Job im Kommentar gemacht, alles gut. Aber, wenn abgemacht ist, ist es abgemacht. Das ist wie, wenn es losgeht, geht los. Wenn abgemacht ist, du, dein guter Freund Dirk und dein guter Freund Gürsson gehen saufen, dann hast du das zu machen und dann ist es auch scheißegal, dann sagst du, ey Puppe, ich gehe jetzt mit den Jungs schon mal vor, wir sehen uns später, wenn nicht, sehen wir uns morgen. Fertig. Das muss erlaubt sein. Sorry, ihr seid jetzt lang genug dabei, Honeymoon-Phase ist vorbei, das muss jetzt, das muss akzeptiert sein. Bin ich, muss ich sagen, bin ich leider pro. Bin ich pro. Schließe ich mich an. Schließe ich mich an. Es hat ja, es hat ja auch noch geklappt. Also, Ja, aber ich musste da wieder den, ich musste da wieder den Vormarschierer machen, weil ich laufe dann da. Ich muss dir das noch erklären, das war auch eine sehr charmante Diskussion, weil es dann so losging. Ich meine, du holst dann da halt, also, es war ja auch geil, aber also im Endeffekt, es war ja eine warme Kiste, Bags, glaube ich, so, ne? Und die hat 36 Euro gekostet am Kiosk und das macht ja keiner eigentlich so, ne? Du holst dir im Kiosk ein Bierchen, aber es holt sich ja keiner eine Kiste am Kiosk, so den Zeitpunkt. Und dann war das so, und dann haben alle auch so, Martin stand so ein bisschen daneben, hat auch so ein bisschen geguckt, so, ne? Es waren so ein paar, die so, okay. Und dann musste ich dir erstmal erklären, dass das schon, das ist ein Macher-Move. Das ist, also, in den Kiosk reinzugehen und zu sagen, komm, ich kaufe jetzt einfach eine Kiste, scheiß drauf und die halt hinzustellen, ist ein Macher-Move. Das war, das war unterschätzt. Ja, bei mir war klar, dass jetzt noch 20 Minuten laufen und das ist eine hervorragende Pilzbierlänge ist. Ja. Weil Leute laufen ja auch Gefahren, nüchtern zu werden, Leute wollen vielleicht auch nochmal sich ein bisschen einen reintrinken oder sowas. Ja. Und ich dachte so, komm, dann muss ich jetzt mal, muss ich jetzt mal in die Hand nehmen. Also, macht doch nur Sinn. Außerdem hatte ich ja selber Durst. Ich weiß, was soll ich denn machen? Spaß macht, dann so ein, zwei Leuten dabei zuzugucken, wie sie das warme Bier nicht so sehr mögen, aber sie nicht trauen, das nicht auszupacken. Sie müssen es da trotzdem durchziehen und so, ne? Das ist natürlich gut, aber das ist, also ich verstehe das Problem nicht. Am Ende, ey, wenn der ganze Scheiße nichts wird, werde ich noch so ein Party-Reiseleiter. Weißt du, dann kann ich so Sauftouren durch Kneipen oder so, da wäre ich, glaube ich, herausragend. Zeit-Hustle von uns beiden? Ja, das machen. Du bist halt, du kannst das eigentlich machen, weil du müsstest vorher mal bei deiner Frau fragen, ob du es machen darfst, wenn du gerade sagst, das ist erlaubt. Arne können wir auch nicht aufnehmen, der muss auch immer warten. Schwierig. Aber am Ende, hat viel Spaß gemacht. Ich denke, man hört das raus, es hat wirklich herausragend viel Freude gemacht und dass Dirk sich auch mal nicht rausziehen konnte und auch nicht wollte, weil er dir auch Spaß gemacht hat. Ja, das stimmt. Und ich natürlich auch wusste, also das ist auch nochmal so das Ding, weil bevor ich mir das anhören muss, so, ja mein Gott, war aber halt auch mit Ankündigung, dass ich da jetzt am Sonntagmorgen, am Finaltag noch so ein bisschen angeheitert war, ist halt passiert. Also, meiner Meinung nach war es auch nicht unangenehm, von daher ist alles in Ordnung. Ich habe ein bisschen gute Laune. Hat nur meine Mutter gesagt. Meine Mutter ist jetzt aber auch nicht die Zielgruppe, die wir da umgekehrt sind. Mama war aber auch immer sehr kritisch hier. Die mochte Bank auch am Anfang nicht so, ne? Wahrscheinlich immer noch nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich immer noch nicht. Naja, und ich wusste ja auch, dass ich hinten raus halt nicht mehr kommentieren muss und es deswegen ein bisschen okayer ist, dass ich, ja. Ja. Also ist das der Grund, also das heißt, wir müssen nicht aus den Kommentaren fähren, dann habe ich eine Chance, mit dir einen reinzutrinken. Ja. Und das Geile ist ja, nochmal, Leute, das ist das Krasse, was man, die Musik, die in diesem Laden gespielt wurde, ist das absolute Desaster für dich. und als er da reinging und jemand, der Menschen nicht mag, der gern flüchten möchte, der keinen Bock hat auf Scheißgespräche, der keinen Bock hat auf Scheißmusik, dem es immer zu warm ist, der kein Bargeld hat, obwohl man nur, es gab nur Vokabeln, die absolute Scheiße waren für dich und es hat trotzdem funktioniert und deswegen, wirklich ohne Spaß, das war mein größter Erfolg. Das war mein allergrößter Erfolg. Viel größer als alles andere, weil ich die letzten Monate, Jahre erinnere, das war wirklich ein großer Erfolg. Mit Ansage hat alles funktioniert. Ja, ist doch gut. Münster war toll, hat Spaß gemacht. Hat's wirklich, Mann. Und die Stadt ist, also sorry, das ist einfach der Platz dort. Ja, ist geil, muss man echt sagen. Also von daher, haben wir auch schon live gesagt, ich wusste nicht, also ich weiß nicht, ob man es im Stream gehört hat, wir hatten da glaube ich irgendwann wieder einen Stecker gezogen, als wir unser Abschluss Laudatio gehalten haben und uns ein bisschen bedankt haben bei Münster und natürlich immer der klassische Move, aber es ist ja wirklich so, also spricht schon sehr viel dafür, weiterhin in Münster einmal im Jahr so ein Event zu haben. Das ist es schon, glaube ich. Also man sagt ja jetzt, wir haben ja die ganze Zeit so oberflächlich auf das Aussehen und so uns bezogen oder so. Gut, klar, kann man ja so sagen, ist oberflächlich oder kann man auch einfach sagen, ist die Wahrheit so, ist auch einfach die Wahrheit, muss man Münster auch angekennen, aber... Ja gut, sorry, das ist ja, also wer das jetzt schon wieder falsch versteht, für so ein Event, ist es einfach ein guter Look, wenn da, also was heißt Junge, aber wenn da dynamische Menschen sind. Ja. Und dynamische und im Zweifel vielleicht auch ein attraktives Publikum, das ist ja einfach gut für so ein Event. Ja, na klar. Ja, das wirkt halt gut. Und das ist, wenn du das jetzt zum Beispiel mit, also wenn du da jetzt Bremen und Münster vergleichst, ist Münster safe für Bremen. Verstehst du? Ja, natürlich. Und deswegen ist es... Not even close. Ja, genau. Und deswegen ist es schon, ja, das geht in die richtige Richtung. Und ich bin ein bisschen, also es war schon so, es war so ein bisschen, das was du gesagt hast, mit dem Tourende, so ein bisschen, ich will nicht sagen sentimental, das stimmt nicht, weil dafür ist einfach Jobs not done so, also wir müssen noch, aber es war schon spannend und ich hab mir dann auch Gedanken gemacht, so was war denn das geilste Turnier überhaupt bisher? Ja, und da haben wir gestern auch im Magazin drüber gesprochen. Ist halt ultra schwierig, ne? Ja, ist schwer. Weil du es nicht vergleichen kannst. Also Düsseldorf, Düsseldorf ist so, weil es der Start war und dann auch noch mit vielen Problemen behaftet, dann war auch dieses Kackwetter und so. Kann es nicht sein, meiner Meinung nach. Ich glaube, Düsseldorf hat unendlich viel Potenzial, dass es das vielleicht auch mal wird oder so. Aber kann es nicht sein. München habe ich halt nicht mitbekommen, da hatte ich halt einfach Corona. Das ist halt Kacke, weil viele sagen auch München, weil einfach dieser Vibe da natürlich in diesem ist ja wie so ein Reservoir, eher so, ne? Das ist einfach wahnsinnig schön da in München, so ein bisschen ab vom Schuss und ja, Bremen war halt so dieses unterschätzt supergeile und Hamburg war auch krass. Vergisst man immer so ein bisschen, ne? Hat halt einen anderen Vibe, weil es war halt nicht so dieser familiäre Vibe, weil es war nicht unsere Location, es war alles so riesig auf diesem Feld und so weiter. Aber es ist schwer. Das war trotzdem geile Stimmung, Mann. Denk doch mal in Hamburg an die Boxen zurück, wie die Leute ausgerastet sind. Ich finde, Hamburg ist underrated. Wird viel zu wenig genannt in diesen Auflistungen, wenn die Leute sagen, das mal ein Favorit oder das nicht. Ja, stimmt, ey. Sollen wir uns festlegen jetzt? Oh, das ist schwer. Sollen wir Top 3? Jeder Top 3? Okay. Boah, das ist heftig. Ich nehme aus der Ferne nämlich München auf die 3, auch wenn ich nicht dabei war. Deswegen ist es nur die 3. Dann nehme ich Bremen auf die 2 und dann gehe ich jetzt mit Münster auf A1, glaube ich. Ja. Okay. Ich glaube, ich schmeiße Bremen raus. Ich würde Bremen raus schmeißen. Zu viel Stress und so und dann doch zu kacke so im Vorlauf oder was? Ja, und zu viele Nebengeräusche, die irgendwie, also Bremen war total geil, aber vielleicht aus deiner Sicht war das natürlich cool, so stimmungstechnisch, wenn du es auf die Stimmung berufst und so und sportlich, aber das darfst du ja nicht so unbedingt reinzählen, sondern du musst ja, also ich gucke jetzt. Sportlich war es auch krank, aber das zählt nicht rein. Nee, genau, weil da muss man jetzt zum Beispiel sagen, die Finalspiele in Münster waren kacke im Vergleich zu dem, was in Bremen passiert ist. Die waren schon ziemlich worst case scenario. Das Poolnudelspiel von Kira und Anna war attraktiver als die Finalspiele, die jetzt in Münster waren. True. Münster 1? Oder mache ich den Move und gehe auf München? Ich sage München, Münster, Hamburg. Okay. Hamburg war ungelogen. Hamburg hat mich nur abgefuckt, dass diese eine Tribüne so weit weg war. Sonst würde ich Hamburg auch noch mal ein bisschen höher raten. Ach, wenn du die noch dicht dran bekommst und so weiter, dann explodiert der Kessel ja auch da komplett. Also das war schon. Ja, war gut, ne? Also deswegen, schön, dass wir jetzt nochmal... Gerne mal eure Reihenfolge in die Kommentare. Das würde mich auch interessieren. Also unbedingt, dafür ist YouTube da. Also für alle, die jetzt gerade nur zuhören, irgendwie beim Joggen oder so. Bisschen unsympathisch. Bitte nicht Joggen, ey. Aber wirklich Joggen ist so ein Quatsch. Oder Fahrradfahren oder was auch immer. Und macht Inline Skates vielleicht oder so. Oh, die drei schlimmsten Cardio-Themen gucken. Die drei schlimmsten Cardio-Dinger, Alter. Das können wir auch mal machen. Joggen ist auf jeden Fall die Eins. Ja. Naja, machen wir mal. Da können wir länger drüber sprechen. Aber definitiv. Ne, ist so auf diesem Niveau. Ich finde so eine Timeline jetzt ja ganz geil. Weil ich glaube, also wie gesagt, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht und so weiter. Ich glaube, das wird schon irgendwie gut werden 2023. Egal wie es läuft. So, klar zu spät. Aber wir kriegen es auf jeden Fall hin. So, egal wie es läuft und was das Label ist. Das wird geil. Und ich glaube, wir haben jetzt echt... Das ist geil, dass wir jetzt noch so vier Wochen haben, wo sich die Leute nochmal so richtig enorm auf Timdorf hypen können. Ja, gut. Weil ich glaube, das wird auch passieren. Ja. Dann bin ich aber auch mal gespannt, wie der Hype auf den Sommer dann wieder 23 ist, ne? Weil ich glaube, viele, viele Leute haben einfach jetzt gerade noch total Bock und würden am liebsten, dass es so einfach weitergeht. Mann, es gibt eine vierstellige Zahl von Leuten, die uns jetzt zuhören, die sagen, wenn ihr mir im Januar sagt, an dem Wochenende kann ich in Düsseldorf zu den Konditionen auf dem Sitzplatz und dem Bierpreis eine gute Zeit haben, dann werden aber Freunde animiert und dann wird mal eine Männer- oder Jungstruppe oder ein Kappelwochenende geplant und jalla. Das wird halt passieren. Und das ist geil. Ja. Deswegen, boah. Gucken wir mal, ob wir zeitnah, also das Ziel muss halt sein, zeitnah eine Planbarkeit festzustellen, weil jetzt gerade, wir sind ja jetzt wirklich, jetzt, guck mal, jetzt haben wir es ja das erste Mal geschafft, auch eine brauchbare Party irgendwie noch an den Start zu bringen, wo wir zentriert irgendwie zusammen hingelaufen sind oder so. Auch das ist ja noch nicht so oft passiert beziehungsweise noch gar nicht. Das muss ja auch das Ziel sein, so, ne? Ja, aber Münster hatten wir es zum Beispiel um Center Court Samstagabend, das war mega geil, die ging zwar nur bis 1 Uhr oder so, aber das war mega geil. Ja. Und jetzt haben wir es zumindest geschafft, in der Stadt nochmal zentriert an einen anderen Ort zu gehen. In Düsseldorf hat das so halb geklappt, weil es auch super weit war und nicht so richtig belastbar. Du meintest München, ne? Du hast Münster wieder gesagt. Ne, in Münster haben wir es jetzt geschafft, in den Laden zu gehen. Ja, ja. In München haben wir auf den Court gefeiert. Ja, da hast du Münster gesagt. Sorry, nur fürs Verständnis. Und in Düsseldorf haben wir es ja auch geschafft immer mit Socialitos, aber das war ja, das war jetzt nicht ganz so Party angeleitet so, genau. Also das war halt schon, aber der Versuch ist ja da und wenn man das belastbar hinkriegt, dann ist das mega geil, weil dann hast du dieses, dann hast du Sport über den Tag hinweg, aber du bist nicht so, wird nicht so abgeschlossen. Du kriegst nicht so den Vorhang zugezogen am Ende. Es ist zum Kotzen. Ich verstehe ja, es sind alles lange Tage und wenn die Leute dann sagen, ja komm, es war total schön, aber ich freue mich jetzt auch nach Hause zu gehen, aber das kann es ja nicht sein, auch nicht am Samstagabend. Das muss dazugehören und dann im Zweifel lässt man mal morgens vielleicht mal ein paar Spiele weg oder so, aber das muss doch eine ganzheitliche Experience sein. Ist ja auch nicht so, als wenn wir um 9 Uhr Spiele anfangen. Und jetzt Achtung wieder, es geht ja nicht nur um den Suff, für viele ist der Suff dann halt ein Teil des Ganzen, weil so ist es nun mal, wie gesagt, so Festival, Vibe und so weiter. Da gehört es halt für viele Leute dazu, dass man eine gute Zeit hat und sich dann auch mal vielleicht mal einen reindrinkt und so weiter. Ist ja, muss ja auch nicht sein, kann ja jeder machen, wie er will, aber ja, dann gehört das für mich da absolut mit dazu, dass es dann auch so klar ist, danach passiert noch X. Ja, und dann müssen die Leute ein bisschen nichts trinken oder so, aber ich finde auch, also man kann ja auch ohne Probleme, ey guck mal, wie würdest du den Samstag gestalten? Wenn du Samstag, Sonntag Tickets hast, dann würde ich ein Wochenende planen mit 14 Uhr auflaufen, 4, 5 Stunden Beachbody bei gucken, dann kurz einen Snack, den Sundowner auf jeden Fall mitnehmen, so um 19, 20 Uhr, dann danach am Platz bleiben bis 22 Uhr und dann mit auf die Party gehen. So würde ich es machen, ungefähr. Optimal. Und dann gucken, und den Sonntag, den guckst du halt, wie der Samstag läuft, weil vielleicht fällt der Sonntag, vielleicht fallen die Halbfinals auch aus, weil du bis 7 Uhr saufen warst und erst zu den Finals am Sonntag kommst, dann ist es auch okay. Ja, aber das muss, hat selbst DJ Piesto geschafft, so, aber. War auch früh, ey. War früh. Früh oder spät, was war es jetzt? Beides, glaube ich. Beides, glaube ich, okay. Ja, das wäre so das Optimalszenario. Schön. Wirklich schön. Saufen wir mal abgehakt, Dirk. Gut, ich streiche Saufen durch. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. War auch nur ein entspanntes 35-Minuten-Segment. Ja, aber es war doch klar, dass das passiert. Das sind doch die Sachen, die uns beschäftigen. Komm, lass mal einmal, das finde ich, war für mich der Running-Gag des Wochenendes. Wir hatten auch, wir haben uns teilweise totgelacht darüber. Sagen wir es mal so, wir wollen heute ausnahmsweise mal keinen direkt exposen, aber. Oha. In der Spielerschaft gab es da so, gab, ist ja auch normal, gab es dann so Szenarien, wo man dann vielleicht auch mal guckt, dass man, dass man mal wen kennenlernt oder so und wenn da mal auch wer interessant ist, dann so auf dem Eventgelände rumläuft und dann, dann hat er, also ein junger Herr hat auf jeden Fall da sehr akribisch Präsenz gezeigt, darum geht es jetzt nämlich auch, dieses neu geflügelte Wort Präsenz zeigen und das war halt total lustig. dann war so dieses Szenario, dass dann so dieses, ich, ich stehe jetzt einfach die ganze Zeit so daneben und unterhalte mich so ein bisschen, aber auch nicht, aber ich bleibe auf jeden Fall immer so im Dunstkreis und worüber wir dann so diskutiert und philosophiert haben, ob das gut ist oder nicht, Newsflash, wir waren uns alle einig, dass es nicht gut ist und dann Martin so, so super selten überzeugt und dann so aus dem Nichts auch direkt meinte, nee, 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 das ist gut, man muss Präsenz zeigen. Präsenz zeigen ist das Wichtigste. Ja, dann hat sich ja anscheinend die, sagen wir mal so, wenn Martin recht hat, dann hat sich was verändert. Dann hat sich was verändert, weil in der Zeit, wo wir auf dem Markt aktiv waren, so würde ich das mal formulieren, da gab es ja, also da gab es dieses Präsenz zeigen, war genau das Falsche. Ja, ja. War genau das Falsche. Es war dieses Desinteresse zeigen, was immer dazu geführt hat, Interesse bei Frauen zu wecken und nicht umgekehrt. Oder halt maximal eine gute Mischung, sagen wir es mal so, ne? Ja, ich übertreibe natürlich jetzt, weil aber Fakt ist, es war definitiv nicht dieses dumme Präsenz zeigen, dieses offensichtliche, hallo, ich habe nichts Besseres zu tun, ich stehe jetzt neben dir und wenn uns ein gutes Gesprächsthema einfällt und unterhalten wir uns vielleicht auch noch, das ist so schlimm, Alter, das funktioniert nicht, sorry, ey. Das ist so das Handtuch auswerfen. Ja, genau, das ist das deutsche Handtuch, morgens Handtuch hinlegen und dann immer mal wieder gucken, Hauptsache, es hat niemand anderes die Gelegenheit, da jetzt vielleicht auch mal Präsenz zeigen zu machen. Ich habe meins gesagt, so in die Richtung, ey, das ist eine Vollkatastrophe. Also auch gerne Bezug nehmen, gerade die jüngeren Leute, aber auch die älteren, weil da können gerne eine Generationendiskussion ausbrechen, weil ich bin der festen Überzeugung und vor allem möchte ich Feedback auch von den Frauen in den Kommentaren sehen, weil für mich ist der Inbegriff von falsch, dieses unterschwellige Präsenz zeigen, in der Nähe stehen, schlechte Gespräche führen oder sonstiges, zwei, drei gute Gespräche führen, heißt, ey, mit dem hatte ich 100% eine gute Zeit und einen guten Austausch. Zwei Stunden lang, zwei, drei Minuten gute Konversationen haben, du hast hochprozentig keine gute Zeit mit demjenigen so. Also, was ist das? Ich check's nicht. Aber du gehst natürlich, das Einzige, was du machst, ist, du sicherst nur ab, dass in den zwei Stunden kein anderer mehr Präsenz zeigen kann. Aber das kann ja nicht sein, oder? Nee. Also, in meiner Laufbahn, sagen wir es mal so, das wäre dann so ein Mauerblümchen-Szenario, dass du so dann eine Frau damit begeistern kannst, so extrem viel Aufmessenheit zu zeigen, weil sie sich dann so denkt, boah, ist mir noch nie passiert, das finde ich jetzt ja total toll. Aber ich sag mal so, wenn du eher so die Damen targetest, wenn du hoch ins Regal greifst, dann kannst du ja davon ausgehen, die kriegen ganz viel Aufmerksamkeit von vielen unterschiedlichen Männern und vielleicht auch Frauen und alles Mögliche. Und dann war übertriebene Präsenz zeigen auf jeden Fall noch nie eine gute Idee. Das muss man mal fairerweise sagen. Zumindest in unserer Generation, Dirk. Vielleicht hat sich's verändert. Vielleicht macht Martin auch alles richtig. Ich meine, der ist ja hier mit Rising Star Paula Schürholz zusammen, wo jetzt auch hier Max Just und viele anderen sagen, auch ein Handtuch ausgeworfen haben, so ein Ding. Ja, das ist wirklich, also da bin ich mir nicht sicher. Was ist eigentlich das Präsenz zeigen bei Frauen? Weil die machen das ja nicht. Das ist ja eine Krankheit, die wir Männer haben. Das ist eine Krankheit, die wir Männer haben. Frauen haben dieses Präsenz zeigen nicht. Oder es wird nicht so negativ gesehen. Passiert auch, passiert auch. Ja? Selten, aber passiert. Okay. Wie äußert sich das auch immer, dieses in der Nähe sein und über Witze lachen, obwohl sie nicht witzig sind und solche Sachen? So dieses, so ein bisschen zu nett und zu zutraulich. Ja, ich hab da keine, ich hab da Antennen für, aber ich will die halt nicht haben, so würde ich's formulieren. Ah, schwierig. Das ist spannend, weil ich glaube, dass das bei Männern und Frauen, es ist unterschiedlich. Also, hilf Präsenz zeigen. Ja oder nein. Eimli bitte in die YouTube-Kommentare. Martin darf sich auch nochmal äußern. So der guten alten Theorie. Martin kann sich sehr gerne mal zu äußern. Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Also, wenn wir in Zukunft über Präsenz zeigen reden, wisst ihr Bescheid. So, das ist jetzt etabliert, wird jetzt durchgesetzt. Und dann war das halt wirklich so lustig, weil dann auch, also das darf man jetzt mal erzählen, ihn darf ich exposen, weil das war ja eher auf einer Comedy-Basis. Dann war Gürsson, war halt auch sehr, sehr stark angeheitert und war halt so in diesem Modus, der hat einfach mitgemacht. So, wenn du irgendwas, irgendwas war witzig und dann hat er halt auch so drauf scheißend oder so hat er das dann einfach gemacht. Und dann war immer dieses, wir standen irgendwo in der Runde und dann so, hier, Gürsson, geh doch mal, da kannst du noch gut Präsenz zeigen. Geh doch jetzt mal, da mal kurz Präsenz zeigen. Und dann hat er sich wirklich so daneben gestellt und so auf ganz unangenehme, wirklich auch so dieses, sich in der Gruppe neben meine Stellen, die unterhält sich gerade noch komplett mit ihren Freundinnen oder so und dann einfach eine Minute lang stehen, bis sie dann irgendwann so guckt und dann halt instant anfangen, die voll zu labern. Und dann stehen noch drei, vier Jungs, drei Meter daneben und begegern sich komplett. Dann ist ja noch das Schlimme. Dann offensichtlich, oh Gott, das war schon wieder ein Szenario, ey. Wirklich, wirklich great. Also, da muss man mal sagen, stark, starke Performance von Gürsson. Ist das schön, dass wir mal wieder diese, das ist dieses Erden, ne? Da hat man Gesprächsthemen plötzlich, ne? Ja, das ist wirklich dieses Erden. Ja, ja, klar. Das stimmt. Ist das geil. Ah, schön. Also, lass uns am Wochenende noch auf jeden Fall noch mal einen, lass uns noch mal hier noch in die Altstadt gehen. Okay, gut. Alles klar. Ach, die Scheiße, Alter. Ich hab, was haben wir noch? Wir haben gestern, wir haben, ich hab hier ein Magazin noch stehen. GWT haben wir abgehakt, Dirk? Ja, also wieder Cross-Promo. Das wird natürlich helfen. Also, wir hatten am Montag Julia Fraundorf am Start. Die meisten müssen den Namen jetzt schon mal irgendwo gelesen oder gehört haben. Vorstand Sport, Beachvolleyball, neu dabei. Hatten wir schon mal im Magazin, dass sie so ein bisschen über ihren Background erzählt. Wo kommt sie eigentlich her? Was hat sie vor? Und so weiter. Und jetzt ist sie natürlich in den ganzen Gazetten überall immer namentlich genannt, wenn es darum geht. Ja, Niklas Hildebrandt, der ja beurlaubt wurde. Jürgen Wagner, der sehr wahrscheinlich bald sein Handtuch schmeißt. und dass jetzt so eine junge Dame, ich hab gehört, schon geschmissen hat, wohlgemerkt. Aber ist jetzt wirklich, das ist jetzt nur, das soll kein Leak sein oder so, das hab ich nur gehört. Das wissen wirklich, reden viele so drüber, deswegen kann es sein, dass das schon so passiert ist. So von nach der Saison bin ich raus. Das würde mich auch nicht schockieren. Also ich rechne auch fest damit, dass es da keine Einigung mehr gibt. Und dementsprechend muss sich da viele gerade auch ein bisschen so einstecken, ne? Die kriegen aus die Fresse. Ja, ja. Weil dann auch alle natürlich so drauf gucken, so ja gut, also ich mein mag ja, also es ist sogar eher auf dieser Ebene mit, obwohl es keiner zugeben will, so nach dem Motto, mag ja sein, dass da vielleicht auch jetzt so ein, zwei Sachen nicht gut liefen, aber jetzt sind die alle rausgeschmissen, jetzt willst du das regeln, so nach dem Motto, du kleine, zierliche, recht volleyballfremde Dame. Ja, ja, das kommt halt. Du bist jetzt der Chef oder was? Na, das wollen wir mal hinterfragen, das Thema. Naja, deswegen war es spannend, haben uns ein bisschen darüber unterhalten. Wohlgemerkt, weil Julia, sie hat ja mehr oder weniger, sondern war in so einem Austausch, den wir sowieso hatten, kam das so zum Thema und ja, ist ja besser, also ich mein, wir können es auch erzählen, ihr habt auch nicht jetzt, da war jetzt nichts Neues dabei, sie hat halt fundierter und nochmal genauer in die richtige Zeitleiste gebracht, auch was die White-Cut-Vergabe und sowas anging und der Frau kann man dann halt auch, also der muss man dann halt auch glauben, so, das heißt, es ist auch nur verifiziert, was wir dann immer mutmaßen hier oder so halb raushauen oder so, konnte sie halt verifizieren, deswegen war das schön aufgeräumt und ich finde es gut und das finde ich vor allem wichtig, dass wir jetzt trotz dieser Ebene irgendwelche Gespräche zu German Beach Tour gegenwärtig erstmal gescheitert sind, so, dass wir es schaffen, diese Ebene aufrechtzuerhalten, zu sagen, hey, das ist jetzt wichtig, dass wir das mal in der Community darstellen, weil wir müssen auch mal irgendwie und ich finde es ja auch geil, dass der DVV mal zu einem, ich will nicht, einen Gegenschlag auswählen, das stimmt ja nicht, aber sich auch mal zeigt, also allein dieses, den Leuten mal ein Gesicht zu geben und eine Meinung zu geben und eine Story zu erzählen und die Plattform zu geben, dass sie das wirklich einfach fundiert mit einer Sendezeit, die völlig losgelöst ist von irgendwelchen Planungen oder so einfach mal rauszuhauen, finde ich total geil, habe ich gestern total gefühlt, weil am Ende ist halt immer noch Vorstand von einem der größten Spitzensportverbände, die wir haben, den wir haben und sie nimmt sich die Zeit und stellt die Sachen klar, weil sie gegenwärtig halt vollgas angegriffen werden und finde ich ganz cool, muss ich sagen, so einfach in der Blase betrachtet jetzt erstmal. Ja, 100 Prozent, das ist genau, diese haben wir auch besprochen, diese Ebene, die man jetzt versucht zu etablieren und wäre cool, wenn es so weitergeht, weil das sagt sie auch immer wieder, das Ziel ganz klar ist vom Verband, transparenter, nachvollziehbarer zu werden und deswegen hat sie da auch sehr, sehr transparent erzählt, wie es jetzt zu diesen Wildcard-Vergaben kam, vor allen Dingen natürlich mit dann so ein bisschen rund um Frank Mockeroth und Co dann so diese Enttäuschung, dass Kira Walkenhorst und Lisa Lippmann die Wildcard nicht bekommen haben und das eine Spiel in der Quali dann vermutlich gemacht hätten, sondern halt Leo Klinke und Lena Ortens dafür belohnt wurden, dass sie den Hustle halt gehen und auf der Worldtour viel gespielt haben auch dieses Jahr und natürlich auch noch Lea Kunst und Leo Körzinger und ja, also. Ich finde das gut. Was ich halt krass finde, war dieser eine Punkt, da bin ich gestern schon drauf eingegangen, war aber eigentlich das falsche Format, ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte, dass sie so im Volleyball-Magazin so auf die, was war die Headline, was hat sie gesagt, das ist ein Tritt ins Gesicht der Sportdirektoren jetzt den Hauptamtlichen, ein Schlag ins Gesicht, ein Schlag ins Gesicht, ja, den Hauptamtlichen, also den Sportdirektoren jetzt den Hauptamtlichen Vorstand fortzusetzen, quasi so, also so eine Zwischenlösung beziehungsweise noch eine Management-Ebene dazwischen zu installieren und das ist halt spannend, weil da kickt das rein, was du, so wie du sie gerade beschrieben hast und das ist am Ende nicht wegzureden, weil wir das ja auch in unserem Kontext immer mitkriegen, am Ende zahlt vor allem dann in dieser hässlichen Männerdominierten Sportwelt ein, dass es eine junge Dame ist. Sorry, das kann man nicht wegreden, das ist das Heftige, ich merke das jetzt, wir merken, das kotzt mich seit Wochen unfassbar an, was Nathalie und Anne, also das sind, Anne hat jetzt zum Beispiel Münster, obwohl sie erst seit vier Wochen bei uns ist, komplett alleine in der Hand gehabt, klar kriegt die technischen Support dann von den Leuten und sonstiges, aber die hatte die komplette Planung, ich hatte mit der Planung genau gar nichts zu tun, die konnte mich fragen, aber die hat alle Bausteine, so wie wir sie über die Saison vorbereitet haben, hat die selber hingewiesen und bei Nathalie ist das das Gleiche, die war jetzt am Wochenende in den Cuxhaven beim Deutschen Handball, beim Deutschen Handballbund die Deutschen Beach-Handball-Meisterschaften gemacht, die Events werden da abgegeben, die Mädels machen das herausragend, die machen herausragende Arbeit, die gehen da drin komplett auf und was aber immer wieder passiert, ist egal, dass halt irgendwelche abgefuckten alten Dienstleister sind, so 50-jährige Männer oder so oder irgendwelche Idioten in irgendwelchen Gremien oder was auch immer oder in Sportverbänden drin sind oder so, da ist immer dieses Nachfragen, dieses Skepsis, dieses Rollenbild, was die Arbeit einfach schwierig macht, dann denke ich so, Bruder, die Frau kann, hat nichts mit Geschlecht, diese Ebene hat nichts mit Geschlecht zu tun, die hat nichts mit Irgendwas zu tun, die Frau kann das nachweisen, wahrscheinlich sogar viel besser als alle anderen, die du in deinem Laden hast, warum hinterfragst du das und warum hinterfragst du das bei einem wie mir nicht, obwohl ich viel unfundierter bin in der ganzen Sache, einfach nur, weil ich 2 Meter 6 groß bin und ein Mann und im Sport ein bisschen erfolgreich war, sind das die Themen, die wichtig sind, um mit einem gut zusammenarbeiten zu können, um einen Auftrag an einen Dienstleister zu geben, das fuckt mich so ab, also nicht nur, dass mich das Zeit kostet, weil ich manchmal dann Stränge übernehmen muss, weil Frauen dann nicht gehört werden, was ist das für eine Idee? Und das ist das gleiche mit dem Volleyball-Magazin-Headline, ich check's nicht, ich krieg's nicht in den Kopf, wo ist da die Ebene, ich verstehe es nicht, du bist doch der Versteher bei diesen Ebenen. Ja, da soll ich's jetzt verstehen, oder was, warum so Alltagssexismus in der Chefetage und bei den alten weißen Männern halt immer noch Alltag ist, obwohl, hab ich gestern auch schon gesagt, natürlich viele Unternehmen, viele Konzerne, da stark dran arbeiten und sich auch da weg von entwickeln und so weiter. Ich sag, du kannst das nicht wegentwickeln. Bei vielen, bei vielen, vielen Ebenen auf jeden Fall noch einfach, ja, ist Alltag, das ist dann halt so. Aber so wie die Leute sind, sag ich, sorry, pass auf, These jetzt, kannst du gerne widersprechen. Ich glaube, das kannst du bei diesen Menschen, von denen ich jetzt gerade spreche, das kannst du nicht wegentwickeln, das muss aussterben. Nicht, dass ich sage, die sollen sterben, verstehe mich nicht falsch, aber aussterben im Sinne von, sie sind dann nicht mehr in dem Amt, weil sie irgendwann einfach Ruhestand oder whatever machen. Anders ist, du kriegst diese Denken, kriegst du nicht raus. Wirklich nicht. Wie denn auch, wenn das jetzt wirklich 30 Jahre lang elementarer Bestandteil deines Lebens war irgendwie, diese Ansichten, dann hab ich wenige in dem Alter kennengelernt, die dann noch in der Lage waren, sich da groß zu verändern oder so. Das ist dann halt so. Ich finde, das ist wirklich ein Thema. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Auch wenn man mir nicht zutrauen würde, Leute, ich weiß, ihr Lieblingschauvinisten, aber das macht mich wirklich wahnsinnig. Ich hab da kein Gespür für, wie das so interpretiert werden kann. Ich finde das so dumm. Ja, ist kein leichter Job für sie da momentan, aber man hat da nach wie vor ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Ich meine, sie macht's ja auch gut und, also was heißt, sie macht's clever, sie macht's einfach gut, aber es ist ja schon krass zu sehen, wie viel positiven Anklang das bekommt, wenn da halt mal einfach jemand sitzt, also auch egal, ob Dame oder Herr, und dann einfach wirklich mal geradeaus redet, wo man nicht das Gefühl hat, die erzählt dir jetzt einen vom Pferd und so weiter und sich einfach auch mal stellt. Einfach mal nicht lügt. Ja, genau, einfach mal nicht lügen. Und einfach sich mal stellt und sich da auch bereit ist, sich da öffentlich zu äußern. Auch wie gesagt, würde ja auch sonst keiner machen. Ich meine, ich kann ja nochmal erzählen, wir hatten ja mal, es war ja mal ganz kurz davor, dass wir mit Niklas Hildebrandt eine Episode gemacht hätten. Das war aber schon ein paar Jahre her. Genau, und dann war so auch der Erstkontakt mit und da war ganz, ganz früh klar, das machen wir nur, wenn vorher halt wirklich eine Themenliste etabliert wird, wo dann entweder vorher ein Haken oder ein Kreuz hinter gemacht wurde. Und ich meine, klar, Jules der Fraundorf hat auch aus nachvollziehbaren Gründen, weil so ist es momentan, sie kann nichts zu dem sagen, weil der ist halt noch nicht irgendwie final weg oder irgend sowas. Der ist halt beurlaubt, deswegen geht das nicht. Hat sie gesagt, über Niklas können wir nicht reden. So, der Rest ist alles gut. Ja. Und war auch nicht groß gescriptet. Ich habe auch ein, zwei Fragen gestellt, wo es vielleicht auch mal kurz unangenehm wurde oder so. Aber weil dann ja auch so Thema war, ich meine, die These in den Raum gestellt habe, dass es Niklas wahrscheinlich nicht so gefreut hat, dann so zu merken, dass auf einmal die Stimme von so einer neuen und dann auch noch von der Spielervertreterin von Vittoria Binek zusammen wert sind oder dass seine Stimme genauso viel wert ist wie die von Julia Fraundorf, was ja, These mit Sicherheiten auch ein Punkt war, warum diese Gespräche so eskaliert sind, als der, wo man ja auch immer überliest, ich bin der, der die Strukturen gemacht hat, ich bin der, der jetzt hier dafür gesorgt hat, dass Senja Tillmann Vize-Bronze geholt hat bei der Weltmeisterschaft. Das ist mein Ding. Was war denn jetzt im Abendblatt? Und dass sie versöhnt sind. Im Hamburger Abendblatt steht, dass Niklas Hildebrand und Senja Tillmann sich mittlerweile versöhnt haben und dass dieses System, die WM-Bronze-Beteilie von Svenja Müller und Senja Tillmann rausgebracht hat. Svenja Müller hat trainiert bei Markus Diekmann hier in Mettmann größtenteils und hat den Input-Vollgas dabei. Senja ist immer noch jünger von Hans in Anführungsstrichen beziehungsweise geht immer noch zum Training dort und hat die letzten Jahre ja nachweislich außerhalb des Systems alles, was sie irgendwie an Skills hat und auch die Physis oder sowas von Hans mitgenommen. Das ist das Dümmste und Vermessendste, was ich seit langer Zeit übernommen gelesen habe, aber das ist so dumm. Svenja, Senja Tillmann und Niklas Tillmann haben sich mittlerweile versöhnt. Versöhnt ist ja positiv. Also wenn man sagt, können jetzt mittlerweile miteinander arbeiten oder zerhacken sich nicht instantan, wenn sie im selben Stützpunkt sind oder so, dann würde ich sagen, okay. Versöhnt hört sich so an, als ob die beim Italiener waren zusammen und sich da wirklich in drei Stunden ausgesprochen haben und Senja am besten noch Zugeständnisse gemacht hat. Sondern auch damit, ich kann ja voll verstehen, warum ich nie mitspielen durfte. Ja, genau. So hört sich das an und das, ich meine, werden wir auch nicht machen, Senja in die Situation zu bringen, wird sie auch nicht machen, die hat ihren Fokus auch gerade zurecht woanders und so weiter und will jetzt Europameisterin werden, wahrscheinlich in das Elite 16 gewinnen. Aber ja, also seid euch mal sicher, dass das ganz großer Quatsch ist. Du musst dich echt lachen, als ich den Artikel gelesen habe. Ey, das ist schon geil. Naja, das war auf jeden Fall ein sehr guter Austausch. Deswegen nochmal für alle Montag, Cavadas Magazin, könnt ihr gerne im Wort nachgucken. Das war wirklich so wie gespannt. Ja, ich mache mir die Mühe, einmal, das geht bei Twitch auch, ich kann da den Timestamp als Link dann auch posten, dass ihr dann auch nicht selber scrollen müsst, ihr faulen Schweiner, dann seid ihr direkt beim Interview. Weil sich ja die Szene so komplett ändert, ne? Also das sollte man schon irgendwie hinkriegen, wenn man da Interesse dran hat. Ja. Okay. Gut. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Beachvolleyball. Ja. Theoretisch vor uns. Die Elite 16 steht an. Ja, das ist so krass, dass man das so, dass wir es so wegreden, ne? Weil es so, ja, wenn man in die Meldelliste guckt, die Amis zum Beispiel haben abgemeldet, ne? Weil die Entry Points, ich habe es, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche gesagt, die Entry Points, jetzt die Entry Points tanken für die Olympia-Quali, die ja nächstes Jahr losgeht, einfach wichtiger ist zum Teil. Beziehungsweise die Amis sich jetzt einfach für ein Turnier sparen wollen, nach Europa zu fliegen, weil die jetzt gerade Vollgas-AVP hatten, die hatten jetzt Atlanta, die haben, glaube ich, nächste Woche Manhattan Beach, dass Manhattan in Kalifornien bankt, nicht dass Manhattan in New York so. Und das ist, glaube ich, die, das ist der Grund, warum die Amis zum Beispiel sagen, ja, okay, ich muss jetzt nicht zu so einem Elite 16 fliegen nach Hamburg. Und dann fallen da plötzlich ganz viele Teams raus beziehungsweise melden ab, weil sie irgendwie den Fokus dann auf der AVP haben. Das ist halt, deswegen fällt es mir schwer, jetzt so ein mega, vielleicht geht es dir anders, wir haben nicht drüber gesprochen, aber mir fällt es schwer, so ein mega Hype auf das Turnier irgendwie auszulösen. Ich weiß nicht, vor der EM dann auch in München, die dann am Ende kontinentale Medaillen vergibt, fällt mir das schwer. Ich glaube vor allen Dingen halt, dass es eine geile Chance wieder ist für die Teams, die daran teilnehmen dürfen, dann auch bei den Frauen da halt wirklich was zu erreichen. Also gerade bei den Frauen guckt man, glaube ich, wieder drauf und sieht halt sehr realistisch die Chance auf ein, mindestens mal ein gutes, vielleicht sogar sehr gutes Ergebnis. Das kann halt passieren, also in der Quali wird es tough, wir müssen jetzt auch keinen Hehl draus machen, und dass es schon sehr unwahrscheinlich ist, dass die Quali-Teams, also klar, Chantal und Sarah, da drückt man alle Daumen, die haben auch sehr gute Chancen, denke ich mal, dass sie es schaffen, aus der Quali rauszukommen, aber sowohl für Klinke Ottens als für Kunz Körzinger sollte das sehr, sehr schwer werden. Also es wäre schon eine Riesenüberraschung, wenn die es irgendwie schaffen, da ist die Quali dann doch, also sieht man auch wie die Tiefe, die da reinkickt, ist ja nicht so, dass da dann nur noch Abfall drin wäre, das ist dann hart und ja, natürlich würde ich mich bei den Männern extrem freuen, wenn Elas Wickler da jetzt einfach mal die Chance nutzen und mal wieder Clemens vor dem Heimpublikum in Hamburg einfach mal wieder einen rauszündet, das ist ja ganz logisch. Ja, und ich meine jetzt Fitness, also sagen wir es mal so, sie haben ja jetzt, ich glaube aus, also Tommy hat mir erzählt, dass sie letzte Woche wohl in Holland waren und dann wahrscheinlich mit Bermans trainiert haben, so, mit Bermans ist der mit, der spielt doch immer noch mit dem, mit dem, mit dem anderen Partner, oder, weil der verletzt ist, so, das ist, mit denen haben sie trainiert, das heißt, sie werden ein paar Spiele dosiert haben, ja, Immers, wird der ausgesprochen? Keine Ahnung. Ja, whatever, ich habe auch wirklich keine Ahnung. Die Holländer sprechen alles so verrückt aus, deswegen sehr, sehr unsicher. Ich wollte mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber gut, dass du das gemacht hast. Aber du warst doch letztens Jahr in Holland, du musst es können. Super schalte. Du warst auch, du warst einmal kurz in Portugal, musst du auch Portugiesisch, so ein Ding ist es. Gerade in Asien kriegt das, glaube ich, rein. Eine Woche China, du kannst die Sprache sofort. Ja, die haben ein paar Spiele gemacht, ich glaube, die werden sich jetzt ganz gut auf diese Highlights vorbereitet haben und man kennt ja zumindest auch von Clemens, dass er dann, jetzt ausgenommen WM, das auch annimmt und dass sie irgendwie gut ins Turnier starten, weil dann kann das schon einen Run geben. Aber wenn jetzt wieder sowas kommt, wie wir sind gut gesetzt, verlieren dann erste Gruppenspiele überraschend, hängen dann so ein bisschen hinterher und dann wird es halt auch wieder schwierig. Also ich bin so, ich tippen müsste, könnte der Fokus und dieses Heimpublikum-Thema oder dieses Heimturnier-Thema schon auch reinkicken, aber siehst du jetzt da einen super tiefen Run, weil es ist ja nicht so, als wäre dann nur Fallobst dabei. Also ist bei den Frauen wie bei den Männern jetzt nicht so, als würde da viel fehlen. Nur weil die Amis nicht da sind oder so. Also erstmal gucken wir auf die Gruppe und die ist glaube ich definitiv machbar. Also zum aktuellen Zeitpunkt so Renato und Vita Philippe ist ein Team, was man dann vielleicht sogar ein bisschen, ja muss man drüber ansiedeln, das ist dann so. Ich meine die Grimald-Cousins, die sind halt on-off, die kannst du mal an einem Tag erwischen und dann rasieren die sich weg. Wer aus der Quali kommt, muss man dann mal schauen. Aber das ist erstmal eine machbare Gruppe. Das ist ja dann das Ziel, dass du da auf jeden Fall unter die letzten acht schon mal kommst und bist du mindestens schon mal fünfter. Ja, aber auch das, die 13 sind ja in der Zulassung mit Manchie-Points, wenn ich das richtig, sind dann Herrera Gavira zum Beispiel. Die kriegst du dann als Quali los, reingedrückt, ist auch nicht so geil. Ja, sind schon deswegen auch für Sven, für Paul, also auch da, das wäre natürlich eine Riesenüberraschung, wenn sie es schaffen würden. Ich gehe persönlich nicht davon aus, so war Fretschner, haben jetzt natürlich schon einmal mal gezeigt, dass sie Top-Teams schlagen können und da, du gehst es halt so durch, Seidel Waller wird für beide Teams schwer, Rea Gavira wird sehr, sehr schwer, so Brilogia wirst du im Zweifel nicht schlagen können, aber so, wenn du vielleicht mal ein bisschen Glück hast und du triffst auf Hurlhorst, die sich aber auch gemacht haben jetzt und einige Turniere schon gut gespielt haben, da sind so ein paar Teams drin, da kannst du es dann auch mal schaffen, ans Hauptfeld zu kommen und wäre natürlich für beide, glaube ich, riesig. Das ist geil, drück mal auf Aktualisieren, weil wir sind jetzt gerade hier in der Zulassungsliste drin und jetzt hast du die richtigen drin, glaube ich, weil Seidel Waller sind nämlich ins Hauptfeld nachgerutscht zum Beispiel. Ach krass, dann war ich noch nicht aktuell. Ich gucke gerade, ich denke, was sabbelt der denn mit Seidel Waller? Die sind jetzt drin, ja, ja, okay. Ach krass. Nee, nee, die sind jetzt reingerutscht, deswegen sind ja hier Rea Gavira an eins, Brill Losiak an zwei, Börmanns Immers an drei und Hurlhorst an vier beziehungsweise dahinter Kantor Rudl, das sind die Teams, die man schlagen müsste und wenn man jetzt so drauf guckt, so war Fretschner, sind gerade an acht, meint, die würden am Anfang gegen neun spielen, okay, aber danach halt gegen die Eins, um reinzukommen und das sind hier Rea Gavira, weiß ich nicht. Ist halt scheiße schwierig. Und direkt das Duell im Ersten oder was? Das ist die Frage, wie das jetzt gesetzt wird. Nee, aber ich glaube, Sven und Paul sind nur, Sven und Paul werden ganz unten gesetzt, das ist jetzt einfach eine lieber Zulassungsliste. Naja. Und bei den Frauen? Boah, das ist auch wieder, weil da sind nämlich auch alle, außer die Amis sind nämlich da. Ist außer, nee gut, die Brasilianerinnen sind auch nicht komplett da. Das ist krass, das ist kein gut besetztes Turnier, die Kanadierinnen. Nein, deswegen, ist es echt eine Chance. Die Kanadierinnen fehlen, Humana Paredes Paven, die fehlen, die haben jetzt übrigens, Alter, das ist doch immer unterschätzt, was immer untergeht. Commonwealth Games sind ein brutales Event. Du guckst jetzt gerade so, hast du überhaupt nichts davon mitbekommen. Ich weiß, also zumindest Kanada hat bei den Frauen gewonnen vor Australien. So, also da sind Weltmeisterinnen und Vize-Olympiasiegerinnen sind dann da auf diesen Commonwealth Games Treppchen und bei den Männern hat Australien vor Kanada gewonnen, also einmal umgedreht oder so. Ist auch total krass, weil das einfach ein riesiges Event ist, was jetzt in England stattgefunden hat und keine Sau, das hier in Deutschland oder Europa so irgendwie mitkriegt, weil das diese Staaten unter sich sind, die das als Riesending haben. Finde ich auch total geil. Da sehe ich mich gespannt, wie der Spannungsabfall sein wird. Gerade so bei den Australierinnen oder so, aber ich, wie gesagt, umso länger wir drüber reden, umso weniger Hype löst das bei mir aus. Mich haben auch ganz viele gefreut, ob wir nach Hamburg kommen oder so. Wie gesagt, A, haben wir natürlich auch viel zu tun und B, sind wir jetzt auch mal tired of so ein bisschen. C, werde ich trotzdem reingucken. Ich werde auf jeden Fall gucken, aber ich hätte jetzt auch nicht das Bedürfnis, jetzt vor Ort zu sein. Also da kickt dann zu sehr rein, dass wir jetzt zu viel eigenen Kram gemacht haben und so, das muss da nicht unbedingt. da, weiß ich nicht, also ist halt krass, ich bleibe dabei, so jetzt hier mir das letzte Rock the Beach in Berlin reinzuziehen oder so, da hätte ich glaube ich unterschätzt dann irgendwie am Ende so aufentspannt. Würdest du mehr fühlen. Mehr Bock drauf, als mir jetzt so dieses Riesending da zu geben in Hamburg. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe trotzdem, also das muss man ja sagen, trotz dessen, da das jetzt da gerade ein großes Haifischbecken in Hamburg ist und Frank Makkeroth da jetzt als Ausrichter seine Kontakte in Hamburg spielen lässt, um mit Volley World das Thema zu organisieren. Ich gehe davon aus, dass das defizitär sein wird, so wie fast jedes Event dieses Jahr von Volley World. Wie soll es anders sein? Ja, die haben die Kohle, so du wirst auch sehen, da werden nicht viele Sponsoren oder sonstiges irgendwie in dem Umfeld sein. Ich wünsche trotzdem allen ein gutes Event so. Safe. Ja, weil das am Ende ja eine Strahlkraft haben kann für unsere Sportart. Ich hoffe, die ist auch da, weil nach wie vor, Leute, das Timing jetzt da, eine Elite 16 zu haben und die Woche danach sind die European Championship, also selbst, und das so am DVV vorbei organisiert zu haben, das ist einfach, sorry, das ist einfach, termintechnisch ist das scheiße, muss ich mal ehrlich sagen. Klar war das wahrscheinlich nicht anders möglich, aber das ist einfach Bullshit, ne? So, ich meine, die EM geht nächste Woche Montag los, Sonntags sind die Finalspiele in Hamburg, das ist alles, also wirklich alles für den Arsch geplant, ernsthaft. Das ist wirklich eine Vollkatastrophe, meiner Meinung nach. Ja, aber trotzdem ist ja wieder, also, es wird ja wieder spannend sein, wenn du jetzt alle Teams so fragst, was ist wichtiger, auch die deutschen Teams, so, ne? Dann, das ist halt schwer. So, EM ist halt Chance auf eine Medaille, was halt krass wäre. EM, darfst du nicht vergessen, ist vom Entry Point, also erstmal von Punkten weniger. Ja, ja, klar. Das wolltest du sagen, aber die EM, dadurch, dass es ein CV-Ergebnis ist, verschlechtert deine Entry Points nicht. Jetzt hier in Hamburg haben ein paar Teams ja wirklich die Chance, auch ihre Punkte zu verschlechtern. Hauen Sinja und Svenja sich jetzt den letzten rein, dann hacken die sich in ihre Entry Points rein, die vielleicht wichtig wären, um nächstes Jahr wirklich top gesetzt, in die Olympia-Quali zu starten. Ja, also die müssen natürlich jetzt spielen, auch so ein bisschen als Headliner, und weil es geil ist, wie gesagt, jetzt auch bei diesen Videos und so, du bist das gefeaturete deutsche Team nach diesem Superergebnis oder diesem Superergebnis Sen natürlich auch nach schon dem Elitsieg, aber ja, also die, da geht es richtig um was, das kann die Ausgangslage für die nächsten Turniere so richtig krass verschlechtern. Wenn dann vielleicht auch mal die Nerven reinkicken und so, wird ja auch wieder spannend, wie eine junge Svenja Müller jetzt darauf reagieren wird. Auftaktspiel EM und diese ganzen Themen, das ist nicht so, also ist ja nicht so, als wäre das so gesettelt mit der Qualität, die die jetzt die letzten Turniere gespielt haben. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt selbstverständlich davon ausgehen kann, dass die Ost- und WM-Modus haben und einfach immer wieder die knappen Spiele gegen die Top-Teams gewinnen. Kann ich mir nicht hundertprozentig vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Also wäre mega geil, hoffentlich, aber plus eins. Ja, deswegen, ich bin gespannt. Also deswegen, ich will auch gar nicht tippen, wer gewinnt oder so, ist mir relativ Norwegen und Brasilien. Fertig. Ist mir egal, wer. Also bei den Frauen habe ich jetzt auch gesagt, Brasilien im Zweifel wieder so Barbara Carol oder so, so Classic. Und ja, ich denke mal, Mulsorum müssten mal wieder gut genug sein, sonst hätten sie sich jetzt auch nicht hier so, oder fit genug auch vor allen Dingen sein, sonst spielen sie auch nicht so einen Nations Cup nach dem Sieg da zusammen mit ihren Boys. Aber man muss noch mal eins sagen, und da wurde es gesagt, das Nations Cup, ich habe jetzt nicht viel geguckt, aber alles, was man so Social Media und sonstiges mitkriegt, das war ja jetzt das ähnliche Stadion wie letztes Jahr bei der EM und der Nations Cup beweist, dass ein sportlich vor einer, in zwei Wochen EM, nach einer WM, vor einer EM, vor einem Elite 16, was in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum auch stattfindet und sonstiges, dieses Turnier und Hannes Jagerhofer dort beweist einfach, dass das, was wir die letzten Jahre gemacht haben, dass wenn du ausreichend Infrastruktur, mediale Präsenz und Preisgeld zahlst, es scheißegal ist, was du für ein Format spielst, es ist völlig irrelevant und es interessiert keine Sau. Da wäre dieselbe Stimmung gewesen, wenn es die Weltmeisterschaft gewesen wäre, es interessiert mich. Ja, stimmt. Das ist der Beweis dafür und das ist genial. Ich finde das herausragend. Die Früchte davon, dass in Österreich sich einfach eine Kultur etabliert hat, ja, das kriegst du halt schwer geschlagen so, die sind halt verrückt alle und die wissen, was passiert, wenn Beach Football angesagt ist. Nur mal, es war Mittwoch voll. Es war wirklich heftig. Mittwoch war dieses Stadion, was ja unfassbar geil ist, weil ich finde diese, das, was die da haben, diese Boxen, was steil hoch geht, aber innen drin auch noch Plätze, ist wirklich geil. Also wirklich geil. Ja. Und deswegen, das ist immer noch das Outstanding Turnier und da müssen sich, kann sich ganz viele Leute und auch wir tausend Sachen von abgucken und wenn es ein paar Spots gäbe, die auch nur auf ähnliches Niveau kommen würden oder so, dann würde das Prestige vom Volleyball extrem steigen. Ist das in dem Rotenbaum 14.000-Mann-Stadion möglich? Nee. Wird nicht passieren. Deswegen sucht sich Wien so eine Stadionkultur aus, weil dort auch mit 2.000 Leuten das Stadion verdammt nochmal voll aussieht und man nicht diese 8.000-Mann-Schüssel-Hype gefüllt hat oder sonstiges. Das macht schon Sinn. Deswegen ist, man wird jetzt schon im Vergleich so, wird man schon sehen. So ausverkauft in München bei der EM am Finalwochenende, ausverkauft Wien und dazwischen ist Hamburg. Deswegen befürchte ich, kann dieser Hype gar nicht so, der kann gar nicht so entstehen. Ist eine traurige Wahrheit. Finde ich zumindest. Ja. Wir werden es sehen. Hast du AVP mitbekommen? Also erstmal, die Serie von Trevor Crabb ist gebrochen. Darauf wollte ich hinaus. Muss man leider sagen. Get in fucking tea. Verkackt, Alter. Und dann gegen Taylor Sander, der sich dann auch noch den Killblock da eingeholt hat. Alter. Der wird auch zum Villain und mit diesem Mega-Highlight, was er da gemacht hat. Das müssen wir mal irgendwann, das ist Taylor Sander, das müsst ihr euch reinziehen, was der für ein Winkel, was der für, nicht mal eine Kuhle. Das war einfach der Winkel und die Härte des Balles. Die Kuhle hat halt nur mitgemacht. Ja, genau. Das war einfach wirklich ein unglaublicher Schlag. Also du hast sogar, du hast in den Raum gestellt, ob es der greatest hit of all time Hilfe ist und ich sag immer noch, dass die Sean Rosenthal-Line auch mit dieser wirklich anderen Kuhle. Also ich bin beide, dass der Hit, wobei auch Linie runter da auf, das war schon, ist schwer zu sagen. Ist schwer, ist schwer. Aber der Hit von Taylor Sander ist krank. Die Kuhle hat ein bisschen mehr mitgemacht bei Rosie. Deswegen bleibt man wahrscheinlich bei ihm, aber ja, ist doch geil zu sehen und am Ende gucken auch alle wieder drauf und wir haben es ja selber auch gesagt, hier Taylor Crabb hat alles aus Spiel gesetzt und jetzt sich so einen Partner zu nehmen, qualifiziert der sich überhaupt für Olympia und im Zweifel ist es den beiden scheißegal, weil sie total die geile Zeit haben auf der MVP und da super erfolgreich spielen und wenn das reicht, dann reicht es so. Die werden trotzdem genug Partner haben, die werden auch ganz gutes Geld verdienen als Beachvolleyballer und dann ist es auch okay. Und die haben eine scheiß gute Zeit zusammen, das muss man glaube ich auch mal sagen. Und es macht wirklich Bock. Also ich war ja sehr, sehr hyped. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so, also wie gut es noch werden kann, vor allem auf der Position als Blocker, für Taylor Sander so auf World2 gerechnet. Aber es ist, ja, es macht ja unfassbar Bock. Deswegen, also MVP-Rechte immer so zu bekommen für 23, das wäre mal so ein Ding. Ja, ja, jetzt schreibe ich mich nicht so an, ey. Aber die hatten trotzdem, die hatten irgendwie in Atlanta, die hatten da, die hatten irgendwie Gewitterpause die ganze Zeit, dann haben sie zwischenzeitlich gar nicht so richtig mitgekriegt. Sätze bis 31 gespielt oder so, damit sie irgendwie vom Schedule hinterher kommen, ja, kürzere, und dann sind sie immer wieder zurückgesprungen. Streaming ist zum Teil ausgeführt, die hatten wirklich ohne Spaß, die hatten richtig Scheißturnier da in Atlanta. Deswegen, wahrscheinlich wird, wahrscheinlich wird Crabbe auch noch sagen, hier, das Garen fucking T bei so einem Turnier zählt das nicht. Ich war nicht im Rhythmus, so wird da wahrscheinlich nicht noch irgendwie rausreden. Ja, und dann Phil Dahlhauser, der Nick Lucena verabschiedet hat und so weiter, das war natürlich auch angucken, das habe ich nicht richtig mitgekriegt. Äußerst charmant. Ja, das muss ich. Phil, den hat man ja eh, so selten hört man den Reden eigentlich so, weil er so dieser stille Gigant ist und einfach immer nur das Sportliche bei ihm spricht. Ja, wobei ich habe mich schon öfter mal mit dem unterhalten, bei mir erzählt das nicht, aber man hört den selten Reden so im Stadion oder so, das stimmt. Ja, ja, nee, das ist krass und war charmant. Heftig, wie viel Beachvolley, weil der aktuell läuft, ne, ist ja widerlich eigentlich. Ja. Kommen wir auch nie hinterher. Viel Content für euch auf jeden Fall. Ja. Hast du noch irgendwas in den YouTube-Kommentaren? Naja, ich will jetzt nicht nochmal, also wie gesagt, das mit dem, dass das hier keine gute Aufteilung ist, das ist Quatsch hier, Neil Cord Walker. Dich habe ich im Auge. Und ansonsten war ja, ich will jetzt nicht schon wieder auf die Themen eingehen da von der vorletzten Episode. Ach, hör auf, langsam ist es verjährt. Ich wollte gerade sagen, da sind ja viele nochmal draufgegangen, so ist ja auch alles gut, sollt ihr auch machen. Ja. Aber ansonsten nicht viel Neues, ne? Nee, nicht so viel Neues. Nee. Da freue ich mich eher auf diese Episode, was man da alles lesen würde. Ja, weil da wieder ein bisschen auch Pipi-Kacka-Diskussion dann runterkommt, das ist ja das Gute. Oder saufi-saufi. Ja, ist auch so. Ey, wir müssen noch einen Plug machen, Dirk. Ja, sehr gerne. Schrägstrich, du willst meckern, ne? Erstmal. Ja, dann mache ich erst, pass auf, ich mache erstmal einen Arschbauer für alle. Ja. Also. Oder wir machen sogar, soll ich Drohungen machen? Mach Drohungen. Ich mache Drohungen, okay. Also, der Spontent unterstrich TT-Kanal, der jetzt auch mit den schönen Grafiken angereichert wird und so weiter, den hatte ich letzte Woche schon mal geplagt. Wenn der nächste Woche nicht über 1000 Follower hat, also Minimum 1000 Follower, dann nehmen wir einfach nie auf. Keine Episode, oder was? Nee. Na gut. Ihr haltet ihr fast. Also, das geht nicht. Ihr müsst uns doch helfen, bitte. Es ist doch nur ein Follower. Come on. Das wäre mir wichtig. Das wäre mir wirklich wichtig. Okay, aber jetzt zu dem eigentlichen Plug. Seit letzter Woche Montag, wir haben es auch letzte Woche schon machen können, sind die Tickets draußen, die Einzeltickets für Timmendorf und die VIP-Tickets. Und die VIP-Tickets werden wieder so sein, hier Softdrinks, Bier, Weinchen, weil man muss ja irgendwie so ein anderes alkoholisches Getränk anbieten, Snacks. Das ist ganz geil, dass wir mit dem Catering jetzt so, wenn du VIP-Bereich anfragst, kriegst du so richtig spießiges Essen angeboten. Da müssen wir jetzt noch so ein, zwei Sachen adjusten, weil dieses spießige will ich nicht. Und dann ist dieses Kombi-Ticket für alle, und da habe ich viele, ich weiß, viele schrafen mir 300 Euro. Mit Essen und Trinken, zweimal Mahlzeit und Trinken über einen Beachvolleyball ist jetzt echt, also das ist fast Selbstkostenpreis, den wir da raushauen, wäre eine Empfehlung von meiner Seite, weil man dann auch schön diesen Blick auf das ganze Stadion drauf hat. Man sitzt quasi neben dir, weil du in dem Kommentatoren-Tower da drin sitzt, in dem Kameratower quasi, also man sitzt ja quasi, man kann dir die Hand reichen so. Das ist eine Empfehlung, die sind jetzt auf jeden Fall erhältlich. Das macht Sinn. Und wenn nicht, die Einzeltickets halt auch noch, weil jetzt mittlerweile sind wir so bei zwei Dritteln ausverkauft, glaube ich, Samstag, Sonntag. Und es wird auch noch Tageskasse vor Ort geben, aber dann die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gute Tickets kriegt, ist eigentlich nur noch auf der VIP-Tribüne zugegen, weil die anderen sind eigentlich alle schon, also in der Gruppe auf gar keinen Fall mehr, vielleicht mal einzeln noch ein gutes Ticket. Sonst ist es echt langsam, langsam full. Ja, aber gönnt euch gerne noch. Also von daher nach wie vor, das ist jetzt, also so viele coole Feedback-Sachen gehört, jetzt wirklich in Münster nochmal von Leuten, die superweite Anreise hatten, oder wo man eigentlich auch draufguckt im Nachhinein und sagt, Alter, das ist schon echt an der Grenze, ob sich sowas lohnt. Ein heftiger Move, ja, genau. So für einen Tag kommen und superweit anreisen und dann wieder abreisen und so stressig und aber trotzdem echt die meisten mit einem sauguten Gefühl daraus gegangen, meinten einfach so, das war total geil und das hat sich gelohnt und dann ist es einfach, ja, nochmal viel größer, nochmal alles ein bisschen krasser, also ist, glaube ich, ein Selbstgänger, dass sich das lohnen sollte. Ja, ja, das noch einmal, noch einmal als Plug. Jetzt habe ich meine Saufenliste hier, habe ich durch, Dirk. Ja, perfekt. Dann, ihr habt es gehört, nächste Woche keine Episode, außer ihr liefert, mal ein bisschen Liebe zeigen für unser neues Produkt, die Tischten des Bundesliga, die beste Tischten des Liga der Welt. Die geht schon in zwei Wochen los, ne? Ja, spannend. Spannend, ist auch echt so, ist spannend, echt gespannt. Naja, läuft. Dann hören wir uns, wahrscheinlich, weil ihr nicht abliefert, übernächste Woche wieder mit einer neuen Episode. Bis gleich. Bis gleich.